Moin Moin Aldi Ho Und herzlich willkommen Ich weiß die Musik ist noch ein bisschen laut Ich kann aber noch nicht direkt drauf zugreifen Gerade gestartet Alone in the Dark werden wir heute spielen Und zwar nicht das von, was war es, 1992 oder 1994 Sondern tatsächlich das von heute Also vom 20.03.2024 Wir werden heute spielen Und wenn nichts dazwischen kommt oder irgendwas passiert Auch komplett Ich gehe mal davon aus Ich freue mich sehr drauf Und ich wünsche schon mal die Livechats Hallo auf YouTube und Twitch Und so weiter Guten Morgen Und da zumindest eine sehe ich da schon mal Moin Früchtchen Moin noch AJ Moin noch Meteor Drake Moin noch Micha Fischer Und Band Moin noch Marcel und Ronny Hallo Und Moin auch So Helligkeit, Kontrast Das sollte irgendwie erstmal so halbwegs passen So jetzt Optionen Schauen wir mal eben rein Bewegungsgeschärfe hoch Aus Aus Weg damit Weg damit Das ist alles? Mehr kann ich nicht machen? Okay Was? Jetzt wird es schon interessanter Ich würde gerne hier höher gehen Aber Vollbildfenster Müsste es tatsächlich auch schon bringen LSS natürlich Auf Quality Pause machen wir ein Brain Rate begrenzen wir auf 60 Ansonsten machen wir alles mal auf Ebene Statt sollte eigentlich so durchaus schon funktionieren Ich sag annehmen So Dann wir spielen auch Hier okay Mit allem was geht Okay So Gehen wir eben mal kurz auf Vollbild Stell nur weil ich es Möchte Moin noch Die boys nicht Moin noch ernst Nur ums Gewissen zu erleichtern Mal eben so drauf Kein Unterschied bei Vollbild gedöhnt Das war das ich dann eigentlich an mein Bild An Hier Am Monitor Meine eigentlichen Auflösung orientiert Und dann ist 4K Aber jetzt gehen wir jetzt zurück auf Vollbildfenster Und dann müsste das da gleich mit da stehen Alone in the dark Oh ja It is alone in the dark Genau das ist es Mal noch True Bad So Vollbildfenster hat er ja wunderbar übernommen Der Klassiker So wir starten es also einmal eben nochmal Aber dann müsste es glaube ich passen Da ist es 27,3 GB müsst ihr lernen Das kostet jetzt gerade war es noch 10% oder so reduziert Ich glaube 53 Euro oder so hat es gekostet Also wird es wahrscheinlich so alles in allem So wie 60 Euro kosten Wenn man es direkt neu kaufen möchte Und auch noch Moris Aha Es hat funktioniert Grafikeinstellungen personalisiert So Gameplay Was immer alles erstmal so wie es ist Sprache auf Deutsch Das ist schon mal Schickikowski Ist komplett auf Deutsch vertont Bei solchen In Anführungszeichen kleineren Horrorspielchen Da ist ja schon kein richtig kleines mehr Das hat ja relativ selten Deswegen freut es mich da tatsächlich richtig aus Wenn wir mit der Mucke ein bisschen runter gehen So müsste es glaube ich was werden Wenn was nicht passt Ihr wisst ja wie es läuft Einfach meckern Dann regeln wir das Ganze schon Wenigstens so ein bisschen Okay Okay Na denn Noch ist es hell Nicht mehr lange Ernst Aber es soll so 6 bis 8 Stunden ungefähr gehen Ein Durchlauf Deswegen Da es ein bisschen früher rausgekommen ist Passt das tatsächlich ganz gut Dass ein stützchen früher anfangen Musik ist etwas laut Jetzt besser Ist immer wahrscheinlich noch recht laut Aber wir lassen es mal so Ich warte bis wir jetzt gleich richtig im Spiel sind Und dann gucken wir nochmal von vorne Weil das ist meistens dann immer noch so ein bisschen was anderes Moin Zerlö Zum dritten NYM Korn Was willst du uns damit sagen? Ist das dein Lieblingsshampoo? Mit der vorgesehenen Schwierigkeit Entspann dich und konzentriere dich auf die Geschichte Standardspielerform mit vorgesehener Schwierigkeit Korn mal Modern Oldschool Bietet extra Hilfe für eine glattere und leichtere Spielerfahrung Und fasst Tipps und hilfreicher Vorhebungen Für die die alles selber herausfüllen wollen Ohne Hilfssysteme für den Spieler Lass uns mal auf Normal Auf Modern Ich gebe ihm Okay Das ist das großeste Spiel Das ich jemals gespielt habe Dach Es ist krass, dass die von mir das versteht. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Setter? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist es nur Einbildung? So legte es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die Vera? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich dann hier? Gab es kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Das ist hoffnend. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erst mal. Natürlich startet man sowas in Abenddämmerung. Charakter wählen? Ja gut, ich weiß, wen ich wähle. Also wenn ich die Chance habe, Hopper zu spielen, dann muss ich auch Hopper spielen. Außer man hat da eine Knarre. Die andere hat die Kippe weggeschmissen, obwohl da noch mehr als die Hälfte dran war. Alleine deswegen schon. Das sage ich als Nichtraucher. Moin auf Snoopy. Ich bin zu leise. Moin Sexy One. Ja, wir gucken mal gleich. Wie gesagt, lass uns erst mal im Spiel ankommen und dann können wir uns gleich noch mal so ein bisschen um den Sound kümmern. Der ist meistens noch mal sehr grundlegend anders als im Hauptmenü. Deswegen macht es nicht Sinn, mehr als ein bisschen was Grobes im Hauptmenü einzustellen und im Spiel dann halt noch mal direkt reinzugehen. Ja, deswegen warten wir mal noch die paar Sekündchen und so gleich dann halt, ne? Ich nehme Hopper. Ich meine natürlich Edward Carnaby. David Harbour. So heißt der Schauspieler, ne? Übrigens ganz krass, in dem einen Film spielt er auch mit, in dem das kleine Mädchen vergewaltigt wurde und dann der große Schwarze ins Knast gelandet ist. Ihr wisst, welchen Film ich meine. Green, Green, Green Mile, Green Mile. Oh, ein erstklassiger Film. Ich glaube, er, war das ein anderer? Da spielt er auf jeden Fall einen der richtig Bösen. Also quasi er und irgendwie ein paar andere vergewaltigen Mädel am Anfang. Das sitzt tief. Aber Hopper ist, Hopper ist einfach Hopper. Deswegen nehmen wir Hopper. Also, auf geht's, Hopper. Hallo? Hallo? Sieht verlassen aus. Kann nicht sein. Es muss jemand hier sein. Warten Sie hier. Ich sehe hinten nach. Oh, die Maus ist nie zu schnell. Stärke des Kamerawackels. Oh, oh. Oh, weg damit. Bloß bitte weg damit. So. Steuerung. Oh, oh, oh. Sehr gut. Sehr gut. Ach komm, können wir wahrscheinlich sogar auf zwei runtergehen. Hast du das nicht übernommen? Doch. Das ist echt mega schnell. Oh, natürlich. So, wie gesagt. Wenn jetzt noch was zu laut, zu leise ist, dann sagt Bescheid. Hopper kümmert sich drum. Finde einen Zugang zum Haus. Ich habe nicht nur einen Revolver, ich habe auch Schnaps dabei. Setz dich da vor. Sheh, 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 sheh. Everhin ist hier so halbwegs alles ausgeleuchtet. Das ist doch schon mal ganz gut. Was ist das denn? Warum haben die denn so einen Riesenscheinwerfer? Ich habe sechs Kugeln in meinem Revolver und sonst gar nichts. Kein Ersatzmonitor, das war ja klar. Dann gehen wir in Erinnerung wach an deine Jugend. Hieß du früher auch Hopper, Ruppi? Kann das sein? Unter O. Na, was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe. Zum Glück habe ich die gefunden. Nächster Hinweis? Und Schlüsselgegenstand. Ah, Küchengartenschlüssel. Sauber. Einen Schlüssel haben wir gefunden. Ansehen. Ja, das ist ein Schlüssel. Mit V-Taschenlampe ein und aus. Ich hoffe mal, sie hält Ewigkeiten. Und auch Uli. No Caretaker. So. Was soll schon passieren? Es ist so klassisch, oder? Wir kommen an, wenn es dunkel wird. Einer ist ein bisschen insane. Und zusätzlich teilen wir uns am Anfang direkt auf. Direkt. Das erste, was geht. Okay. Erstmal getrennte Wege. Okay. Ich hätte auch aus der Frage. Er hat eine Wumme. Oh. Western Ridge Patriot. Solid Head. 20 Cartridges. 20 Kugeln? Nein, 3. Okay. Okay. Sack, Schnitt. Vielleicht war es eine Kröte, oder so? Vielleicht können wir das Ganze auch so notfalls öffnen, ne? Das könnte schon durchaus sein. Da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Wieso das nicht? Festgekettete Tür. Sagen. Jetzt haben wir nur noch 8 Kugeln. Grafisch ganz nett, ne? Es ist auch ein recht teures Spiel, ne? Für das Genre. Ist aber auch eine deutlich größere Produktion, ne? Aber 60 Euro? Die meisten kosten bei weitem ja nicht so viel. Und auch, what's this world? Oh. Die Schönheit. Sieht aber toll aus. Ja. Was kredenzt du mir? Ist das Wein? Oliven? Genau. Irgendwas sagt mir, wir werden da höchstwahrscheinlich noch mehr Wasser reinballern müssen. Oh, wir können sogar. Uh. Wir sind so schnell wie bei einem typischen Resident Evil, wenn wir sprinten. Nämlich gar nicht. Ist der Klassiker. Schnelles Gehen. Schnelles Gehen. Mehr wird halt nicht. Watt, hinter mir rennt Mr. X hinterher. Alles klar. Dann erhöhe ich meine Geschwindigkeit von 5 kmh auf 5,5 kmh. Robert. Also, erstmal. Macht's einen guten Eindruck, oder? Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das jetzt hier so. Warte mal, vielleicht muss ich noch was machen. Ich muss noch irgendwas triggern oder so. Und, passet jetzt mit der, mit, 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 ja? Mit Sound? Oder sagt er, muss noch was verändert werden? Für mich klingt es jetzt erstmal ganz gut, tatsächlich. Das ist mal ein stattlicher Baum. Ich mach's mir sogar noch ein bisschen lauter. Wie auch so richtig schön der Schrecke, wenn irgendwas passiert. Das ist ein ganz schön großer Baum, mitten in meinem Konservatorium. Ich hab's mir überquasselt da. Hä? Was? Okay. Was? Am besten müssen wir da ja eigentlich immer noch irgendwie Wasser reinballern, ne? Aber irgendwie... Guck mal, hier ist so eine Gießkanne unter allem. Warum können wir da nicht... Können wir nicht einfach so eine Gießkanne mitnehmen? Wir haben drei Türen. Irgendwas sagt mir... Oh. Vier Wege insgesamt. Irgendwas sagt mir nämlich, wir werden uns auch merken müssen, wie wir laufen. Ja, zwei Getränke. Guck, 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 guck. Ja, es sind zwei, äh, drei Weitern. Ein bisschen Schnaps zum Warmwerden. Äh. Äh, ne. Es ist wohl doch eher ein Weg, so wie es aussieht. Wir haben vor kurzem irgendwie nochmal welche Karten gespielt, oder so. Na, grüne Pflanzen und, ne? Rote Pflanzen. Wenn der Baum auf dem Boden war, was habe ich das übersehen? Schauen wir doch mal nach. Okay. Also, ich sehe jedenfalls erstmal nichts. Schokara? Komische Vasen? Hm, also erstmal sehe ich jedenfalls nichts, was hier noch, wie großartig sein sollte. Ich nehme mal den Weg hier runter. Ich meine, so prinzipiell gesehen ist es ja auch vorgegeben. Oh, was hast du denn überhaupt gesehen, Sexy One? Wurzeln? Ich brauche den Schlüssel. Ich tippe mal drauf, dass wir den Schlüssel, dass das da draußen ist, oder? Moin, Thermo-Zweck und Moin nach Temo-Azius. Oh, ein Schlüssel. Das sind ja alles immer One-Way-Schlüssel, ne? Da darf man nicht vergessen. Also, der erste, der genauso aussah, der ist quasi abgebrochen. Jetzt will ich nur noch einen Nachfolger von Commander Keen. Wäre ich dabei, Rubi? Wäre ich dabei? Und noch Monster. Ich finde die Eingangstür und lasse Emily Hardwood rein. Ich höre über uns auf jeden Fall sich irgendwas bewegen. Ich hoffe mal, die haben Katzenzauber. Ich genehmige mir einen. Ich genehmige einen. Alkohol im Alltag. Yay, yay. Guck mal. Wenn das mal nicht unsere zusätzliche Nachkampfwaffe ist. Also, so grusig, wie das bis jetzt doch schon aussieht. Wäre das erste, was ich machen würde, noch wirklich irgendwas mitnehmen, nur ansatzweise. Sei es auch nur ein Holzbein von einem Tisch oder irgendwas. Aber dass du irgendwas als Nachkampfwaffe noch dabei hast, falls alle Stricke reißen. Eine Pistolenkugel. Ich glaube, ich werde mich noch ärgern, dass ich vorhin versucht habe, das Schloss zu zerschießen. Ich scheine hier durchaus damit etwas zu geizen. Familienbibel, Hinweis. Das Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Es war für alle ein schweres Jahr und viele haben alle Hoffnung verloren. In der Zeitung lese ich vom Leid der Menschen. Da sind Bilder von staubbedeckten Landschaften ohne einen Tropfen Wasser. Ich wünschte, ich wüsste, ob du dich noch um diese Erde kümmerst oder ob du ihr den Rücken zugekehrt hast. Ich habe anderswo begonnen, nach Hilfe zu suchen. Ich bete um ein Zeichen von dir, ob du diesen Pfad billigst oder nicht. Mit der Hilfe von Baptiste und Charlotte habe ich Trost im Praktizieren von Voodoo gefunden. Lange war ich skeptisch, was diesen Kult aus der Karibik angeht. Aber er hat mir gut gedient. In meinem Buch liest sich das alles recht harmlos. Ich sage ein paar Worte, die sich die Kreolen in ihren Träumen ausgedacht haben und trage einen kleinen Beutel mit Talismanen mit mir rum. Von alledem steht natürlich nichts in der Bibel. Aber die Priesterin aus dem französischen Viertel sagte mir, das würde alles zusammenhängen. Sie sagt, der Gott der Christen ist nur eine weitere Sicht auf den Schöpfer aller Dinge. Damit kann ich leben, nur eben andersherum. Dass die Geiste ihres Glaubens nur Aspekte von dir sind, unserem Vater im Himmel. Ich bin so dankbar für die Worte, die du, Mr. Hartwood, gegeben hast. Wir werden deine Loblieder in der Johannisnacht singen. Bald wird die Welt wieder gesegnet sein. Deine Forderungen für Opfer wirken wie aus dem Alten Testament. Lass dies alles wahrhaftig sein. Eine Mutter der Erde, des Waldes und des Schmutzes. Eine Mutter von tausend Jungen. Heiliger Sand, ein Dollar. Öl einer schwarzen Katze, ein Dollar fünfzig. Des Teufels Schnürsenkel, Viertel Dollar. Das macht zwei Dollar und fünfundsiebzig Cent, Madame. Was haben Sie da dem Doktor gesagt? Eine Ziege ohne Hörner. Was soll das heißen? Ah, da haben Sie mich wohl falsch verstanden, Madame. So etwas habe ich nicht gesagt. Bitte. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie ihr. Aber ich bin unterwürfig. Ich bin bereit für alles, was nötig ist. Hm. Seien Sie nicht übereifrig, alles zu opfern, was Ihnen noch geblieben ist, Madame. Und jetzt verlassen Sie bitte meinen Laden. Eine Ziege ohne Hörner. Saugeil. Das ist vorgelesen. Saugeil. Komm, ne? Also egal, ne? Das ist saugeil, das ist vorgelesen. Das ist für die Immersion und so, wenn die alte Frau das liest und so, dann auch wirklich den Text und so. Viel, viel geiler. Und das riecht ganz klar nach Baphomet, was ich hier gehört habe. Kätzerei! Heretics! Da sind wir wieder dabei. Sau cool. Gefällt mir ja sehr. Spielsound mühlauter, sagt er. Okay. Gucken, was ich auch noch so machen kann. Ich fürchte, leider sind wir hier schon bei maximal. Ich kann versuchen, noch ein bisschen aufzudrehen. Ich hoffe mal, dass das dann nicht... Ah, ihr müsst selber lauter machen. Ne, ne, ich bin schon, was das angeht, überall am Limit. Ich bin schon bei 100% und softwaremäßig verstärke ich eh schon. Sonst wird irgendwie der Sound kacke. Das heißt, ihr müsst ein bisschen aufdrehen. Bei euch lauter machen. Das ist das Einzige, was hier noch großartig möglich ist. Aber ihr seht, ich bin auf 100%, mehr geht da nicht. Wie gesagt, ich verstärke schon. Ich verstärke den Sound mittlerweile um knapp 10 Dezibel bei OBS. Und das ist halt eine Softwarevariante. Wenn du es da übertreibst, dann wird es knarzig und so. Und das ist halt auch kacke. Ja, aber wenn das Verhältnis stimmt, dann könnt ihr einfach, brauche ich selber hier lauter machen, zu Hause. Drei Pistolenkugeln im Eisfach? Ernsthaft? Im Eisfach? 17 Kugeln? Ey, von Abwaschen halten sie nicht viel. Sieht das lecker aus. Maestro, Maestro. Schlüssel? Ja. Aber die Schlüssel scheinen für uns jedenfalls nicht zu sein. Hm. Ja, ich frage mich auch, wer Kugeln im Eisfach hatte. Das... Hier, das hier. Naikampfwaffe. Easy, mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Und ein paar Kartoffeln, weil sie gratis sind. Rattengift. Lagniappe. Lagniappe. Ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Rattengift gefunden. Eine große Depression? What? Vagabunden. Eins von drei? Scheint... Tausend Junge, Lasttier, Tod des Autors. Was war das? Lagniapes sind unbedeutende Gegenstände, die du immer wieder im Spiel finden kannst. Das er vollständig von Sets... Oh. Bleibende Spiele... Lagniapes bleiben von Spiel zu Spiel erhalten. Einige Sets können gar nicht erst er vollständig werden, ohne sowohl Carnobies als auch Amelies Kampagne zu spielen. Können nämlich auch noch die andere Kampagne spiele. Ähnlich wie bei Resident Evil 2. Eigentlich spielt ihr schon dieses Spiel, Tony, seit heute. Hat jemand... Ungefähr eine halbe Stunde. Also noch sehr weit am Anfang. Wir sind... Irgendwas turnt die ganze Zeit über uns rum. Oh, nee, Moin. Und wir haben hier noch mehr Lagniappe. Was soll denn Lagniappe bedeuten? S-Bahn-Ticket. Nice, glaube ich. Ah, noch mal Kugeln? Ja. Jetzt haben wir schon 20 Kugeln. Also da scheint ein bisschen was dazu zu kommen. Ist so cool, dass die Hopper spielen. Das ist so mega witzig. Ich brauche den Schlüssel. Den habe ich noch nicht. Entweder er ist hier noch versteckt. Also ich meine, ich weiß, wo ein Schlüsselkasten hängt. Aber da konnten wir vorhin jedenfalls nicht großartig irgendwas machen. Wollen wir mal gucken, ob ich jetzt vielleicht was mitnehmen kann davon. Hier gibt es sogar Messer oder so. Sie hat uns doch sogar erklärt, von wegen, dass es durchaus eine gewisse Gefahrensituation gibt. Lagniappe ist ein kleines Geschenk, das ein Händler einem Kunden zum Zeitpunkt eines Kaufs überreicht. Oder allgemeine etwas, das unentgeltlich oder als gutes Maß geben oder erhalten wird. Lagniappe. Ich habe da eigentlich noch nie gehört, das Wort. Sabotage-Hinweis. Bitte den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht. Der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Mr. Waits. Coole Sache. Das sieht nicht sicher aus. Hm. Hm. Oh. Oh, nee. Da fehlt noch ein Teil. Aber ich fürchte, ich weiß, was es am Ende dann wird für ein Rätsel. Schieber Rätsel. Oh. Die Stimmung ist cool, ne? Finde ich auch. Die Stimmung finde ich tatsächlich ganz geil. Ich danke dir, Tony C. Für deine Stufe 1 Abonnement. Danke. Siebe Puzzle. Yay. Mein Favorit. Danke, Tony. Ah, das Symbol zeigt an, dass es von einer Seite quasi zum Brett zugehalten wird, ne? Okay, okay. Das ist quasi die Tamolok-Tour der Tür. Von einer Seite öffnen, 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 von der anderen Seite nicht. Das sieht hier aber irgendwie alles ein bisschen ranzig aus. Ja, der Spiegel scheint sehr beschlagen zu sein. Okay. Selbstschließende Türen. Könnte sein, dass man sowas in der Klasse halt braucht, ne? Das ist nicht Indiana, Bro, War on Moin. Das ist Hopper. Ranger Things? Das ist Hopper. Bodenplan von Der Cetto. Okay. Kann ich da jetzt reinschauen? Ja, gucke mal. Da sind wir. Dina-Treppe. Also da sind wir hochgekommen. Hier komme ich nicht rein. Genau, im WC waren wir schon. Fäger wohnen hier. Hier haben wir noch... Die halten nicht sehr viel von Fluren, so wie es aussieht. Nur Durchgangszimmer. Empfangsraum, kleiner Salon, Bibliothek haben wir. Und hier können wir vielleicht sie reinholen, oder? Wintergarten? Obwohl, ne, wir waren im Wintergarten. Versteht sie nicht. Das heißt, wahrscheinlich müsste sie hier sein, oder so. Und unser aktuelles Ziel ist ja immer noch... Der Cetto, die alte Villa der Plantage, war bereit, zusammenzubrechen, wurde aber von einem Nordstaatler mit leuchtenden Augen namens Dr. Gray am Leben gehalten. Angesichts der Tatsache, dass die Angestellten sich nicht mal dazu aufraffen konnten, an die Tür zu kommen, war sich Detective Carnby recht sicher, dass sie einfach hineingehen und sich Jeremy schnappen konnten. Er musste nur erstmal die Tür für Emily öffnen, damit sie mit ihrem Onkel reden konnte. Wende die Eingangstür und lasse Emily Hartworte rein. Nice. Schlüssel haben wir. Für die Veranda. Okay. Ja, ja, die Map hat ein bisschen was von Resident Evil, oder? Und das ist gut. Ich mag nämlich Resident Evil sehr. Das ist sehr gut. Abgeschlossene Medikamentenkiste. Ah ja. Also wer sich mit Schnaps aus dem Flachmann heilt, für den ist es... Da sind wir beim Thema. Für den ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn das restliche Zeug hier erstmal vor uns verschlossen bleibt. Lottis Tagebuch. Sonntag, 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wiedergutmachen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas. Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Seltsame Fäulnis. Okay. War das mit Molded und so? Könnte das sein, dass wir das demnächst vielleicht so sehen? Halt I gedrückt, um die Karte zu öffnen. V für Taschenlampe, I wie Karte oder Map. Naja. Library. Randerschlüssel. Blut. Und da unten waren wir schon mal. Halt vorhin. Ah ja, okay. Wenn ich einmal I drücke, landen wir im Inventar und gedrückt. Okay, alles klar. Ich würde erstmal bei dem Teil hier hinten bleiben, bevor wir hier weiter hingehen. Es könnte natürlich sein, dass wir hier unsere Mitschreiterin reinlassen können. Aber ich würde hier trotzdem erst... Ich brauche den Schlüssel. Okay, da können wir noch nicht weiter. Da waren wir, da waren wir. Von unten kommen wir. Jetzt können wir nach oben gehen. Aber das ist mir, glaube ich, nüchter. Wobei hier oben die ganze Zeit diese strange Geräusche waren. Fest geklemmte Tür. Okay. Sowas kenne ich im Endeffekt eigentlich nur von Radio Not oder sowas noch. Private No Entry. Sieht wichtig aus. Okay, wir kommen ja nicht weiter. Das heißt, wahrscheinlich sollen wir erstmal wirklich nach vorne. Wann ich war? Wie hieß die denn nochmal gleich? Ich muss mir ihren Namen merken. Emily Hartwood. Emily Hartholz. Emily, Emily, Emily. Die müssen wir erstmal reinlassen. Okay. 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 Vielleicht sehen wir den Demogorgon. Freie Natur. Das ging nicht. Genau. Das ist okay. Ich brauche den Schlüssel. Ah ja, keine Sorge. Was mich halt hier ein bisschen irritiert ist, wenn hier schon Blut liegt, da unten ist halt nichts. Das heißt, entweder er hat es überlebt und ist weggegangen. Oder wurde weggebracht. Was zum Teufel stimmt mit den Türen hier nicht? Ich brauche den Schlüssel. Hier ist alles abgeschlossen. Na gut, ne? Ich meine... Wenn hier Leute nun mal leben, die hier anderen gefährlich werden können oder sich selbst, macht es ja schon durchaus Sinn, dass viele Sachen tatsächlich hier verschlossen sind. Das ist aber ein Hübscher. Danke. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Ich bin Edward Conby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hartwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hartwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen einander mal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hartwood? Ich bin Edward Conby, Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt! Warten Sie! Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang. Die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent. Danke, Madam. Unser Prorys. Only Tail Striker. Äh. Hoppher. Das ist Hoppher. Gützert aber enorm. Suchen Jeremys Zimmer nach Hinweisen. Verschlossene Kiste. Weiß er nicht. Also auswählen kann ich noch nichts. Das heißt, da fehlt tatsächlich noch irgendwas. Meine Güte. Also künstlerisch veranlagt war er irgendwie schon, ne? Kann ja nicht mal irgendwie was Nettes machen oder so. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Sag mal so, ne? Also rein theoretisch haben wir hier einen Universalschlüssel dabei. Damit lässt das Spiel ja leider nicht zu. Ja, keine Ahnung, wer das Ganze war. Das sah so ein bisschen von der Charakterbesetzung aus nach irgendwie, ne? Hier Orient Express oder irgendwie sowas. Das sah nach dem Schiebepuzzle aus. Das ist schon das zweite quasi Schiebepuzzle, das ich hier gesehen habe. Also mir läuft bereits schon Angstschweiß den Rücken runter. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Zimmers. Er zählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonen-Sultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genauso ausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Such dieses verschleierte Gesicht meine Nichte auf die gleiche Weise, Hei. Ich wünschte, ich könnte meiner Seele im sonnenbeschienenen Kloster von Taruea Ruhe schenken. Würde ich dich dort finden, Juan? Oder Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über... Oh oh. In jeder Nachricht... Okay, wir müssen zu zweit. Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde? Das sind meine Erinnerungen, meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance, wenn gleich eine winzige Tarroäa zu sehen? Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dort hinbringen. Ich will neben Chuan unter dem Bodibaum sitzen. Bodibaum. Obwohl sie mir den Talisman verkauft hatte, enthüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin, mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Tancre reisen. Stattdessen erzählte sie grausamerweise Baptiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässlichste Art und Weise verraten und getötet werden würde. Dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weissagung. Super. Super. Sie berätst du von deinem Ding, Thinico? Ja, nice. Die Menschen in der Seto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Wie kann er nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte? Äh, die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Genau. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen. Alles. Es sei denn, ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein. Oder vielleicht Bourgard. Bourgarde. Ein Glück, liest sie es vor. Da ist schon eine Menge hier. Aber cool gelesen wiederum, ne? Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein. Außer mir. Hä, ich sehe da irgendwie Sachen, die durchaus irgendwie... Pfff... Na, das könnte auch durchaus etwas Rätselhaftes sein. Sagen wir mal so. Schlüsselgegenstand. Hallo, hallo, hallo. Aber sie sucht fleißig weiter. Vielleicht hat sie was gefunden. Ich habe ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taro Ayer gehört? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Oh, okay. Klingt nach einem Hinweis. Das klingt auch arg danach, als hätte der halt eine Klatsche. Aber okay, naja, dann... Ich schätze mal, hier müssen wir in die bemalte Scheibe rein. Glück gehabt. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talismann aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Oh, wow. Beeindruckend. Das will ich behalten. Einen Augenblick dachte ich, es wäre der nächste Schauspieler. Willem. Der Foe. Willem. Willem. Wirkt fast so, als hätten wir schon recht früh auch ein eigenes Problem. Vielleicht sollten wir mal langsam einheben, damit es wieder läuft. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Ich untersuche den Laden an der Ecke. Was zum Teufel. Sieht so ein bisschen nach New Orleans aus, ne? Das hier in der Mitte ist französisch. Könnte tatsächlich irgendwie sowas sein, Richtung New Orleans. Oder? Es ist weiße mit diesen Boboengedöns dran. Das müsste alles eigentlich irgendwie Richtung Franc-Ranche sein. Das sind wahrscheinlich im französischen Teil Amerikas. Aber wo zum Diable ist jetzt bitte Emily hin? Miss Hartwood. Oh, noch Henry. Aloha. Na, könnte ich da was machen? Müssen wir mal. Ich weiß gar nicht, mit welcher Taste wir uns angenehmigen können. Vielleicht sollten wir das jetzt wirklich mal tun. French Quarter. Hallo, Sie. Legen Sie die Waffen weg. Nehmen Sie die Hände hoch. Lassen Sie ihn ins Subscription da haben. Jesus, was zur Hölle war das? Es blutet? Also kann es sterben. Moin auch Ellie. Oder die werden irgendwie... Die kommen wieder zu sich, ne? Das könnte natürlich auch durchaus sein. Und wir haben nur noch zwölf Schuss. Ich weiß nicht, ob der Kopfschuss wirklich was gebracht hat. Als nächstes Mal versuchen wir mal den Klötenschuss. Bin ich hier gelandet? Aber ich muss sagen, grafisch sagt es mir echt durchaus so. Das ist echt eine feine Sache. Ich finde diese Hintergrundmusik richtig cool. Was immer so ein bisschen... So was so... Richtung so Schnüffler-Krimi so ein bisschen geht, finde ich. Durchaus. Papa ist bis jetzt sehr angetan vom Spiel. Ja, dann wollen wir mal. Sehr ruhig. Was zur Hölle ist hier los? Das klingt so, als wäre die noch über was laufen würde. Das klingt permanent, als wäre die noch einer unterwegs ist. Das ist hopp, ey. Das hatten wir doch schon geklärt. Waffen die auf den Dächern oder so? Okay, wir gehen mal lieber rein. Lassen Sie sie nicht rein, Kompär. Das sind nicht die Guten. Sind sie... Ist das Ihr Laden? Hier gehört niemandem was. Wir sind alle fremden in Jeremys Geschichte. Jeremy war das? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben es nur nicht geglaubt. Wir sind von heute an Mitglied. Oh ja? Wie viel bezahlt sie denn? 150 Dollar. AJSBT ist von heute an Mitglied. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Sind Sie ein Grübler, Kompär? Nur wenn's nicht anders geht. H. L. Ist von heute an Mitglied. Ich glaube, Jeremy versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman? Phil ist von heute an Mitglied. Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sie wissen ja so einiges, Kompär. Ja, die machen mal los. Hier, der Schlüssel. Ich hab das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Wenn sie da hingehen, finden sie vielleicht Hinweise, die ihnen helfen. Danke. Ich seh mich auch mal. Das könnte der von meinem PUBG-Thumbnail von gestern gewesen sein. Ich danke dir, Robert, für deine fünf verschenkten Mitgliedschaften auf YouTube. Vielen Dank. Das geht dann. Mr. Black ist von heute an Mitglied. So, dann haben wir auch die fehlenden Werbeeinnahmen vor heute drin. Das ist schon mal gut. Gehe zu Miss Jackson und erfahre auch. Detective Karnby zögerte die Erklärung des Fremden anzunehmen. Aber er hatte keine Alternative zur Wahl. Baptiste dieser Berg von einem Mann schien anzudeuten, dass diese andere Welt, in die sie gezogen worden waren, aus Jeremy's zerstreuten Erinnerungen bestand. Das klang verrückt von ihm. Aber Karnby konnte die Situation, in der sie sich befand, nicht wirklich leugnen. Baptiste glaubte, dass Jeremy sich freier zwischen den Welten bewegen konnte, weil er einen Talisman besaß, den er von Miss Jackson erhalten hatte. Eine Voodoo-Hexendoktorin, die ganz gut davon leben konnte, die Reichen von ihren Leiden und ihrem Geld zu befreien. In der Hoffnung, Jeremy oder einen Weg zurück nach Decedo zu finden, machte Karnby sich auf, Miss Jacksons Laden zu besuchen. Also, geh zu Miss Jackson und erfahre mehr über Jeremy's Tardisman. Einer Voodoo-Hexendoktorin. Das ist herrlich. Oh, guck mal. Noch mehr langen Jappe. Schön. Eine Ziege ohne Hörner. Ja, der ist schon... Sagen wir mal so, ein Glück ist er anscheinend irgendwie auf unserer Seite. Was hat der denn hier alles in seinem Laden, sagt mal? Seht ihr das? Hey, dennei. Kann ich mir nicht mal so eine Maske hier ausleihen? Also, bei der Beschreibung gerade von... Da habe ich mich ein bisschen an Ellie erinnert gefühlt. Es gab da so Momente im Text. Was niemand weiß, ihr... Ihr früherer Gamertag vor ungefähr ein, zwei Jahren war nämlich Voodoo Mama Choo Choo. Yeah. Heilende Stoffe. Okay, wir müssen zu Miss Jackson. Wir sind anscheinend in einer anderen Welt. Wollen Sie mitkommen? Nee, ich bleib ne Weile hier. Okay. Er hätte als Tank vorgehen können, ne? Sagen Sie, wo das ist? Das ist so die Sache, ne? Geh zu Miss Jackson oder fahre mal über Jeremy's Talisman? Deine Karte ist hier nutzlos. Nice. Das liest man doch gerne. Also mal wieder raus. Das ist was Neues. Ah! Da steht er. Und schaut uns einfach zu. Doch das Wasser, das Wasser war so tief. Zeit für eine kleine romantische Zwischenszene. Das Ding war gerade auf jeden Fall größer. Oh. Ich schmeißen zwei ganze Kugeln weg. Gegenstände können nach Gegner geworfen werden oder zu deren Ablenkung genutzt werden. Kuh antippen, um Gegenstand zu werfen. Kuh halten, um zu zielen. Ja. Das ist gut. Wir haben aber ja nichts. Na, guck mal. Hier. Und er ist tatsächlich auch schon tot. Also insofern. Eieieiei. Das ist ja nicht mal ein Wurfarm. Aber wir haben das, was doch immer war, eh getötet. Was ist das? Guckerschmecker. Guckerschmecker. Und was sagt mir, wir müssen hier lang? Perido Street. Na? Gibt's Money vor uns? Oh. Zwei Kugeln. Hallo. Ja, sehr schön. Und was macht hier ganz komische Knistergeräusche? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Achse verwenden kann. Batiste-Schlüssel. Alles klar. Das heißt, wir sind hier richtig. Im Zweifelsfall. Aber das ist noch mehr Money. Komm, ist doch so komisches wie. Nice. Irgendein Ritual-Scheiß. Komm nur her. Komm nur her. Na, was denn? Okay. Okay, okay, okay. Also ich kann es... Ich kann ihn separat einfach nur ausführen in den Nahkampf. Und er scheint auch nicht so schlecht zu sein, ne? Das ist doch ein Molly. Ja. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Doch. Jetzt kommt er runter. Na toll. Sieh, Sir. Bedrängen sie mich nicht. Am Fahrrad war noch was. Da war eine Klingel, ja. Die konnte ich leuten. Aber ansonsten... Tja, ne? Ich dachte, super schlau und so, ne? Kannst du den einfach mal... Oh. Ja. Dass er den dann immer instant schmeißt, ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ich würde den ganz gerne irgendwie wegstecken oder so. Und unsere Achse ist nahezu kaputt. Das läuft ja. Meine Waffe ist kaputt. Ein Juju. Nice. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie wir uns heilen. Ich kann mit den Pfeiltasten... Ich kann mit den Pfeiltasten das Zielkreuz steuern. Hart. Hart. Also ich will eh mal kurz schauen, wie ich mich heilen kann. Das sollte wohl der Steuern wohl irgendwo mit dabei sein. Tastenbelegung. Genau. Vorwärts. Bla, 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 bla. Ausweichen, sprinten. Nahkampfwaffe 1. Konsumieren ist G. Vielleicht konsumieren. Nachforschung ist I. Eine ausgewogene Mahlzeit. Ich erkenne diesen Ort wieder. Das ist Miss Jacksons Seance Salon. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen zu Jeremys Talisman. Schade, dass wir die Mollys nicht so ein bisschen wenigstens mitnehmen können. Rade Max Beuers Dreamclips. Schauen wir uns nicht. Hey, sie. Steckgefinger-Cookie. Weinst du das? Äh, Moll, RCB, Funk, Weltsteffern, YouTube. Ich danke dir für dein Prime-Avonement. Im vierten Monat. Guten Abend. Es ist der Talisman. Genau wie der in dem Gemälde. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein. Aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und er weckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt. Wir haben Zahlen. Ich schätze, er braucht Zahlen. Sowie Koordinaten. Vielleicht hat Jeremy dazu etwas notiert. Aber erst mal schauen wir uns mal nochmal um. Schauen wir gleich mal in den Notizen nach. Gucken wir mal, ob wir noch hier irgendwas finden, was uns direkt hier irgendwie hilft oder sowas. Aber wir sind ja in irgendeiner gewissen Art von Fantasiewelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist, ist es die Fantasiewelt Jeremys? Oder hat Jeremy diese Fantasiewelt gefunden? Und ist jetzt irgendwie ein Wandler zwischen diesen Welten? Ja, ich kann gar nichts machen. Okay. Das heißt, wir schauen mal eben nach. Äh, wohlbulululululululululululu. Talisman Bauplan. Bla-rot-Stern sind drei Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Welten der Träume und der Erinnerung zu spannen. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Anfang. Drei, fünf, acht. Versuchen wir es mal. Drei... Fünf... Acht. Es zeigt etwas. Ein Ort? Wo ist das? Eine Couch? Und eine Decke? Ha. Okay. Dann nur weiter. Ach, die haben den, weil du ein Kip davon gemacht hast, Eddie. Der ist erhöhstig. Das ist sehr cool. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht mit dem hier gerechnet. Sie sind Dr. Gray, ja? Der bin ich. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective. Ich bin nicht erpichtert auf das Fremde hier herumschnüffeln. Ah, Detective Edward Comby, Decatur Street, New Orleans. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Voodoo-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mache nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSetto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Tja, das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armagnac oder Cognac? Geben Sie mir den Billigen. Ich bin kein großer Kommisseur. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Das verstehen Sie sicher. Schon. Aber er ist verrückt. Und verschwunden. Warum? Hier. Trinken Sie. Oh, ist gut. Das ist ein Sidecar. Der Trick ist, keine Angst vor der Säure der Zitrone zu haben. Und um Himmels Willen nicht mit dem Likör übertreiben. Okay. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Aha. Ja. Mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor, Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen, oder die einfach gar nicht sein sollten. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf ein Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Sie wären sicher dankbar für Ihre Hilfe. Ja, ich habe vorhin mit Batiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann. Aber wir sehen uns sicher wieder. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg. Ein komischer Dude. Ein definitiv komischer Dude. Detektiv Caranby, wie haben Sie... Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Haben Sie... Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus. Und ich weiß nicht, warum. Nein, ich meine etwas... Unerklärliches. Paranormales. Detektiv, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie es. Ich kriege es raus. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich? Es war Spanisch. Taruea. Ja, da muss ich hin. Detektiv? Sind Sie in Ordnung? Ja. Sicher. Gehen Sie zu Gray. Wir reden später. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir so in Ordnung sind. Dieser Talisman hat mich im Nu aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Taruea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Okay. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Schon irgendwie interessant, ne? Ach, das ist kein Spiegel. Ich wollte schon sagen, wir sind wie ein Vampir. Wie ist das? Wie bist du jetzt? Zinkern? Cool. Jetzt macht es euch Spaß. Hat eine coole Stimmung und solche Sachen. Naja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Alkohol ist hier Problem und Lösung in dem Spiel. Oder? Zerbrochene Scheibenhinweis. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lottie. Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Brunnen im Küchengarten. Brunnen im Küchengarten. Haben wir den nicht vorhin gesehen? War das nicht so eine Art Brunnenloch schon oder so? Zimmerschlüssel Nummer 6. Yeah. Den packen wir doch mal hinzu. War das Datta? Hinweis. Dr. Elmore Lee Gray ist der Oberarzt in der Settel. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Terbois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergte Settel 6 Gäste. Malcolm McAfee und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Okay. Das sind wichtige Informationen. Die haben wir vorhin ja auch schon gesehen. Hi Markfob. Ich habe Ihren Settel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfausstritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Okay, wir müssen in den Weinkeller. Wir haben im Keller ja schon gesehen, dieses eine Ventil, das man schließen kann. So weit, so irgendwie. Noch mehr langen Jappe. Rohrschach. Hm. Patientenkarten. Okay. Cassandra Bogart. Die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was Ihr Agent uns gesagt hat. Cassandra leitet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chadeau legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir Ihren Lebenslauf zusammenfassen? Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Bogart ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zu Starroom gebracht hat. Vor fünf Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakoff-Syndrom. Bravo, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Fantastisch. Es ist aber nicht mehr lange bis Juni. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Wir werden unser Bestes tun. Danke auch, Kitty, für dein Prime-Abonnement. Vielen lieben Dank für die sechsten Monate. Guten Abend. Und guten Abend auch, Tanja. Hey, also, die Cassandra ist schon mal, die haben wir vorhin gesehen. Die Cassandra ist auf jeden Fall schon mal interessant, würde ich sagen. Grace Saunders, elf Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grays Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Danke, Doktor. Ich kümmere mich um den Papierkram und weise Sie ein. Ja, das klingt ja noch ganz okay. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in DeCelo eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös, nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Hm. Meinungen zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm guttun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank, Doktor. Wird sich das besser, dass Twitch-TV auch bei YouTube drüber funktioniert? Ich zumindest auch. Danke dir für die 15 Monate beim frischen roten Lachsfrüchtchen. Tschu-Tschu. 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 So. Dann der vorletzte. Die vorletzte. Elisabeth Arperosi. Vielleicht ist sie 33. Vielleicht aber auch noch 32. Moin Cooper. Und moin nochmal Kitty. Moin auch mehr, Sid. Hallöchen. Hey. Erzähl. Elisabeth Arperosi. 33 Jahre alt? Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren? Nun ja, Arperosi ist in Decedo eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Ich bin sicher, am Ende wird sich alles aufklären. Danke, Doktor. Genau. Am Ende wird sich das irgendwie auch immer schon einfach alles aufklären. Bis später, Meteor Drake. So, kommen wir zur letzten, zur Ruth. Talon. Ruth, Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit im Nachtleben von Wallens fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruth, Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels. Nein. Oh. Ruth, Talon, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ruth, Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit im Nachtleben von Wallens fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruth, Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten zehn Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Flapperin oder sogar eine Nymphomanin. Haben sie eine Diagnose? Obwohl die Gründe ihres Vaters hier einzuweisen albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden oder die anhaltenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Und der Behandlungsplan? Wie witzig. Auf zu Ruth! Ne? Hätte durchaus sein können, dass man da vielleicht irgendwas hört oder so. Ähnlich wie bei The Last of Us, aber nö. Ich brauche den Schlüssel. Ich habe doch Batiste-Schlüssel. Okay, der scheint diesmal nicht zu gehen. Zum Schluss Nummer 6 auch nicht. Ah, gut, dann halt nicht. Feels weird, man und wine time. Das sehe ich zum Beispiel nicht. So, hier vorne haben wir noch eine Tür, da könnten wir es durchaus versuchen. Da waren wir schon. Ich will ja immer nur runterscrollen, dass man halt auch den Text nebenbei noch sieht. Aber wenn du da irgendwie entscheidlich vertippst oder was auch immer, dann, naja. Jetzt bleibt dabei. Warum zum Deibel gehen hier mal alle Türen zu? Von der anderen Seite? Aber warte mal, war ich nicht von der anderen Seite gerade quasi da? Ne, hier komme ich nicht rein. Das ist der Raum. Hier sind wir, genau. Hier kommen wir nicht durch. Hier scheint eine Art Puzzle zu sein, um Dr. Grace, um Dr. Grace Büro zu kommen. Hier könnten wir noch ein, versuch mal was aufzuschließen. Die Bibliothek können wir mittlerweile öffnen. Ah, okay, das ist interessant. Die konnten wir nämlich vorhin noch nicht öffnen. Obwohl Detective Karnby dankbar war, zurück in Decedo zu sein, war er nur zu bereit, seine Hypothese zu testen. Nachdem er diese finstere Welt, die sich als das französische Viertel ausgab, durchlebt hatte, waren Jeremy's Texte wohl deutlich wörtlicher zu verstehen. Was, wenn Jeremy seinen Talisman verwendet hatte, um wirklich all die Orte zu besuchen, die er im Buch erwähnt hatte? Karnby war sich sicher, dass das die Antwort war. Er würde Jeremy nicht irgendwo in Decedo versteckt finden. Er war mit Sicherheit in einer der anderen Welten. Und um ihm zu folgen, würde Karnby die alte Uhr und den Kessel erforschen und herausfinden müssen, welche Rolle sie spielten. Okay, wir müssen nach der ostastronomischen Uhr suchen, die im Collector-Nähen-Buch erwähnt wird. Wir müssen nach dem Heizkessel suchen, den haben wir im Keller, glaube ich, schon gefunden. Da brauchen wir aber auch noch dieses Ventil, der im Collector-Nähen-Buch erwähnt wird. Finde heraus, was Perossi weiß. Untersuche den Brunnen im Küchengarten. Und der Zipfel, erstmal mal ein. Den haben wir mal komplett rausgenommen, den. Klingt so, als müssten wir erstmal zur Bibliothek laufen. So, nochmal. Ungelöstes Rätsel ist halt so die Sache, ne? Ob das hier... Habe ich hier was übersehen? Wollen wir nochmal gucken, ob ich hier was übersehen habe? Genau, hier kommen wir nicht rein. Das wissen wir ja. Und hier glaube ich tatsächlich auch noch nicht. Moin auf Finn, Grimm. Moin, moin. Ansonsten müssten wir eigentlich jetzt erstmal hier durch. Genau, jetzt zeigt er uns nämlich hier an. Da ist verschlossen, aber wir können sie öffnen. Ich gehe trotzdem mal eben gucken, ob ich das Rätsel hier lösen kann. Oh? Oh? Also auch so ein bisschen von der Kartenführung hier und so. Man erkennt, finde ich es schon, so einen ganz leichten Zügen, auf jeden Fall sowas Richtung Raising. Ist natürlich trotzdem insgesamt ein bisschen anders, ist es nicht ganz so... äh 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 18 oder so. Aber ja. Und hier soll jetzt ein Rätsel sein. Sicher? Ja, der stock hier. Okay. Das scheint eher so ein Grundbegriff. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ich brauche den Schlüssel. Ja gut. Wir müssen auf jeden Fall weiter zur Bibliotheke. Ich glaube, da können wir uns durchaus erstmal... ...bieter sein. Ja, 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 bleibt dabei. Ja, dann mach mal. So, jetzt kannst du nochmal versuchen. Habe so ein Nur-Abonnenten-Gedöns noch mit drin. Also. YouTube-Variante. Also nicht, dass man bezahlen müsste. Da hinten war auf jeden Fall was. Das weiß ich. Aber da brauchen... ...müssen wir wahrscheinlich... ...müssen wir... ...müssen wir... ...müssen wir... ...hm... Verlorene Plantagen von Louisiana. Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. Decedo produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo. In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war Decedo die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herum tanzten und dabei blökten und wimmerten. Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf Decedo durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Ponchertrain-See ankerten. Der Käpt'n war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Käpt'n Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war Decedo nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben, aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Legrasse führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux de Cetot wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poete Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Madi-Gra-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans, wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da De Cetot so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die zwölf Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von De Cetot an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Das ist, das ist halt schon Hörbuch-Style. Alles gut, Zippel, alles gut. Moin auf mein Tom. Moin, 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 moin. Tja, crazy, crazy, oder? Sag mal so, das ist mega cool. Die Geschichten sind auch mega cool, die sie da so erzählen und so drüber rum. Aber ich bin heilfroh, dass ich das nicht vorlesen müsste. Da krabst du dir ja echt deinen Appen, also wirklich. Ist hier nichts noch anderes? Er ist sogar ex... Weißt du, die Tür ist abgeschlossen und trotzdem läuft hier noch der Kamin erstmal heiß, ne? Und hat da vor kurzem noch irgendjemand geschrieben? Also irgendeiner muss hier einen Universal-Schlüssel besitzen. Bin mir ganz sicher. Und Alexander, das Spiel ist cool. Das macht echt Spaß, ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Jetzt sind wir... Warte mal eben, wie heißt es? Jetzt sind wir im kleinen Salon. Jetzt gibt es noch den Empfangsraum. Wo ist der denn hier hinten? Hier kommen wir wieder in den Wintergarten zurück. Genau. Der war vorhin noch gesperrt. Ist das Off-Sears-Guard? Ah! Nimm es! Bring uns hier raus! Oh, noch was hier. Ist das Schlick auf dem Boden? Deine Taschenlabel funktioniert irgendwie nicht. Es brennt. Oh! Ein Polzelschneider! Das Zeug wabert hier auch die Wände runter. Ich glaube, davon hatten wir vorhin gelesen. Zu viel Alk. Ja, ich würde auch sagen. Wir müssen immer genau den richtigen Pegel halten, sonst wird das nix. Jetzt haben wir definitiv übertrieben. Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal. Oder? Ist fest verkeilt. Ey! So ein kleiner Walzer ist doch was Feines. Ich glaube, Walzer, je nachdem welcher, aber ich glaube, der Wiener Walzer im Wasser, glaube ich, der müsste, glaube ich, funktionieren. Da sind wir. Wir sollen uns den Brunnen angucken. Meinen die den Brunnen oder meinen die einen Brunnen zum Schöpfen, den Brunnen? Schaut mal. Ja, ganz normal. Norden, Süden, das gibt's zweimal Ost? Nee, Ost und Westen. Nee, passt. Ja, niemals. Ohne. Seife waschen. Warte mal, das ist auf den Kopf, oder? Niemals. Hier müsste Osten sein. Vielleicht, weil man so davor stehen muss. Jetzt passt's wieder weg. Okay, alles gut. Etwas verwirrend. Schaut mal. Ah, okay. Das ist so ein bisschen die Hilfestellung. Wir haben jetzt ein Puzzle, das wir hier lösen können. Im Küschgarten. Sieht also eher danach aus, als meinen sie den Brunnen. Wenn sie nicht den Brunnen, sondern den anderen. Ein bisschen Resident Evil und Dino Crisis. Boah, Dino Crisis hab ich nicht gespielt. Ein bisschen was von Resi hat's tatsächlich. Ja, definitiv. Beat. Aber es ist subtiler. Alles in allem. Oh. Oh. Eine mumifizierte Katze? Das ist das Vieh, das vorhin da runter und so? Das da hin runtergeklatscht? Das glaub ich doch nicht. Hm. Ah, schau dir mal. Schau dir mal. Jetzt dürfen wir. Tja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir da so ein bisschen, ne? Ein bisschen Wasser runterpoltert lassen, sonst wird das nix. Das ist viel zu viel Blut für ne Katze. Ach, hab es. So, mehr Schlauchibus vor uns. Wasserschlauch? Schlüsselgegenstand sagt er sogar. Das ist gut. Hey. 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 Ich bin nicht ganz sicher, ob der hier permanent irgendwie durchläuft. Aber wir werden es schon rauskriegen, oder? Machen wir noch Happy Sand. Machen wir noch Schottenhammel. Tag. Guten Abend. Hey. Ich finde es bloß jetzt wirklich cool. Was? Kein, kein Gardena Snap-Gedöns? Nee. Okay. Die sieht doch so ein bisschen aus, als könnte man die mitnehmen. Stichst du ja vor? Und auch der Mocha. Gab es dieses Spiel nicht schon mal in den 1990ern? Ja. Ja. Das ist die Neuinterpretation dessen, sagen sie, Mocha. Die Taschenampe ist nicht imstande, da rein zu leuchten. Das geht einfach nicht. Stöhnt sich da aber mal hart ein ab. Versuch's mir zu merken mit Dino-Crisis. Ich versuch's mir zu merken. Werde es mit Sicherheit vergessen. Also im Zweifelsfall in den Spielverschlägen bei Discord hauen. Zerbrochene Scheibe, Schlüsselgegenstand. Guck mal, das haben wir vorhin auf der Zeichnung auch gesehen. Teil einer größeren Seerscheibe. Sehr dunkle Verbrennungsspuren. Das ist ja nicht so praktisch, oder? Das haben wir schon mal. Moin, Monster Band. So, jetzt bleibt. Wir müssen noch die anderen Sachen machen, genau. Astronomische Uhr, den Heizkessel findet ihr raus, was Perossi weiß. Es könnte sein, dass ich den Schlüssel habe. Einen Kesselraum gibt's noch, genau. Da gibt's noch dort Gedöns. Es könnte sein, dass ich das mittlerweile machen kann. Aber eigentlich habe ich nichts wirklich dafür aufgesammelt. Also vielleicht ja, vielleicht nein. Guck mal, so Stockwerke. Ach du Scheiße. Das ist schon übel. Dachboden. Ah, kuck mal, hier sind wir ganz oben. Zwischengeschoss gibt es noch. Da komme ich aber nirgends durch. Jeremy Hartwoods Zimmer, genau, da waren wir schon. Lottas Zimmer, kleine Saloon. Wir müssen ja auch noch zu der anderen komischen Troller. Aber ich glaube, wir versuchen es erst mal mit dem Kesselraum. Ding, der macht mich einfach nur wahnsinnig. Ich kann er nicht öffnen. Ich bin doch vorhin durchgegangen. Ja gut, von hier aus müsste ich, glaube ich, da runter gehen können. Wenn ich mich nicht täusche. Und auch noch ein cooles. Ryan und Ryan Dreisick. Willkommen. Öffne die Türe. Genau. Library. Da wollen wir ja nicht hin. Wir könnten mal schauen, ob wir oben... Ne, da kamen wir wieder raus. Genau. Wir müssen jetzt eher gucken, dass wir runter gehen. Ich glaube, bei dem Spiel wird mein Orientierungssinn sehr gefragt sein. So, da wären wir nämlich. Es ist verrottet. Durch eine Art... Fäulnis. Noch eine Scheibe für den Talisman. So wie die andere kaputt und es fehlen Stücke. Okay. Da brauchen wir definitiv noch was. Hatte ich das schon? Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Cassandras Zimmer, sagt sie. Hm. Ich hatte ja gesagt, das, was sie haben, passt da schon rein. Tut er dabei anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen in Richtung Cassandras Zimmer. Kann ich ja nicht einfach was davor halten, oder so? Okay, okay, okay. Ich wollte es ja wenigstens mal versucht haben. Wenn er da einfach wirklich mit Anlauf da einfach durchrennt, oder so. Könnte es ja durchaus was sein, vielleicht, oder? Oder nicht? Oder nein, nein? Nein. 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 Was machen Sie in meiner Küche? Ich versichere. Nein, ich verspreche Ihnen, Mr. Hardwood, ist nicht in meiner Küche. Und auch Sie sollten nicht hier sein. Rass hier los! Ich wollte nicht Verzeihung. Shit. Jetzt ist es sogar noch abgeschlossen. Das wird ja immer schlimmer. Sie hat aber gesagt, dass sie auch in der Nähe direkt was versteckt hat. Immer noch Mario. Das heißt, wir können durchaus hier nochmal durchschauen. Aber ich glaube, wir werden zu Cassandras Zimmer gehen müssen. Aber da kann man auch schon mal freundlich sein. Die kann uns schon durchaus freundlich hier raus. Wenn ich... Ne, war ich... Obwohl ich hier unten schon war, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass hinter mir auf jeden Fall auch Türen geschlossen werden. Moin auch fast for all. Moin, moin, Mario. Na ja, gut. Wenn das so ist, dann ist das wohl so. Aber malhin können wir unseren Schlüssel anscheinend noch für irgendwas nutzen. Den, den wir bekommen haben von Monsieur Le Compagnie. Ist immer noch geblockt von der anderen Seite. Hab ich schon mal ein Cassandras Zimmer? Ist jetzt so die Frage, ne? Können wir eben mal gucken. Ruth Zimmer. Leerer Raum. McCarsis Zimmer. Nein, dort ist es tatsächlich alles nicht. Eins rüber. Was ist denn zum Teil bitte Cassandras Zimmer? Perosis, Batiste, Jeremy. Cassandras Zimmer. Da, okay. Wir müssen also eins hoch. Ah, ich glaube, wir müssen ja von der Galerie aus eins höher. Gucken wir mal, ob wir hier weiter höher kommen. Moin auch Olga. Ja. Tja, erinnert ein wenig an David Harber. Ich hab schon wieder den echten Namen vergessen. Es ist Hopper. Hopper. War's David Harber? Ja, ja, Mario. Ich würde dir sehr empfehlen, zurückzuspulen. Steht in den Fettin. Es ist fest verkeilt. Aber es ist ja trotzdem mal wenigstens Person. Okay, also hier kommen wir auch nicht weiter. Dann. Zemp, Batiste, bitte. Ja. Dass ich diese Keile nicht rausnehmen kann, ne? Ja. 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 Was geht wieder los? Ey, geht nicht los. Hatten wir noch irgendwas, was wir vielleicht mit dem Bolzenschneider öffnen können? Das ist so die Frage. Könnte sein, ne? Ich glaube, wir müssen zu Cassandros Zimmer. Eigentlich bin ich mir da... Kann man jetzt mittlerweile hier hoch? Komm mal, vielleicht können wir das irgendwie durchbolzen. Nee, guck mal, nicht schade. Dahin ging es gar nicht mehr weiter. Wir müssen eins höher und dann hier in die Richtung. Oh. Ohohohohohoho. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Mal noch Rio Blanke. Sieht schon nicht so verkehrt aus. Hehehe. Kann ich ja schon ganz gerne. Mal gucken, was er uns dazu sagt. Dazu sagt er gar nichts. Na gut, okay. Dann halt nicht. So, wir müssen die Treppe hoch. Allerdings, die hier bringt uns nicht viel. Die wir hier haben. Wir müssen auf jeden Fall wieder eine andere nehmen. Denn da kommen wir leider nicht weiter. Also, darüber. Und dann irgendwie hoch. Komm schon, Hopper. Konzentrier dich. Hier kommen wir hoch. Ei, 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 ei. Jetzt geht's ja los. Das Herz und Teil. Sieht ja schon ein bisschen nach gestörten Zeug aus, oder? Wo war nochmal die Perverse? Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanienbuch geschrieben hat. Das Ding haben wir unten auch beim Heizkessel gesehen. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talismann im Seanceraum befunden hat. Aber sie ist kaputt und einige Teile fehlen. Aber ein Teil hab ich schon. Tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören, oder sowas. Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen? Etwa so groß? Ich fürchte nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein, 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 nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Sagen Sie es, wenn Sie sich finden. Ich bin in der Nähe. Ah, ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. Eine Hand wäscht die andere. So sagt man doch. Ja, bitte. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. McCarthy erinnerte Detective Karnbier an einen alten Säufer, den er früher gekannt hatte. Er verabscheute ihn. Da gab es keinen Weg drumherum. McCarthy würde sich anstrengen müssen, um bei ihm einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Genau. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, die Zimmer werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Aber eigentlich müsste ich hier durch. Na, und hier übers Wohnzimmer zurück Cassandras Zimmer. Glaube ich zumindest. Aber jetzt, wenn wir hier schon mal sind, dann müssen wir uns natürlich auch alles angucken. Mal gucken, wo wir überhaupt reinkommen. Da schon mal nicht. Da fängt schon mal gut an. E-Mode, Overload. Hier scheint alles wieder normal zu sein. Es war doch aber vorhin woanders das Zimmer, oder nicht? Emily ist hier. Hey? Zimmer Schlüssel Nummer 6. Wir haben nur noch Zimmer Schlüssel Nummer 6. Wir haben tatsächlich auch Batists Schlüssel gar nicht mehr. Vielleicht wird es ja noch dunkler, ne? Hier waren wir noch nicht. Ja. Schade. So ein paar Kugeln würde ich mittlerweile durchaus wieder nehmen. Hüllfederhalter. Noch mehr langen Jappe. Zwei von drei. Aber die meinten ja schon, wir können ja einige Ehe nur füllen. Also komplett bekommen. Wenn wir beide Varianten spielen. Okay. Ich seh den Schnaps doch. Oder sowas ähnliches. Vielleicht ist doch irgendein Zeug, dass man sich in die Haare schmiert oder so. Das Zimmer Schlüssel Nummer 6. Wie exzentrisch. Schaut mal. Das Bett so auch noch quergestellt. So direkt Himmelbett in der Mitte des Raums. Das ist mal ein Vorhänges Schloss. Was sind das für Symbole? Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Oh, das könnte griechisch sein. Oh, guck mal. Dort sind wir. Hast du Angst vor mir? Hast du Angst vor mir? Redest du mit mir? Was ist für ein Hopper? Hopper. Der Beste. Oh, gucke mal. Da kennen wir doch schon mal so ein, zwei Zeichen. Mhm, mhm, mhm. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Decedo mehr. Und leider auch kein Astat. Ihr guten Piraten von Pontchartrain. Möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Top. Ja, das ist die Neuinterpretation des Spiels von damals. Ganz genau. Bis jetzt ist es ziemlich cool. Macht Spaß. Sehr viel Spaß. Und auch Tüffchen. Schräge Spieltechnik. Was soll das bedeuten? War doch Pipola. Ich sehe hier Aquarius. Sagittarius. Sagittarius, ja. Und Scorpio. Tja, sieht irgendwie schon ein bisschen nach Sternen gedöhnt aus, ne? Eins, elf und zehn. Ich glaube, das werde ich mir durch... Oh. Handy gegen Bildschirm gehauen. Neben dieses werde ich mir fotografaten. Mal gucken, was passiert. Zack. Zack. Gleich zehn. Äh, immer nur eins dabei, ne? Gucken wir mal, ob wir die Symbole überhaupt da sehen. Nein. Haben wir gar nicht. Mal noch a little bell, little moin. Hinweis. Ich muss zurückkehren. Ich habe es getan. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Ölförderturm? Ölförderturm. Das klingt ja nachher, als wären wir auf jeden Fall ganz woanders. Moin, Heiko. Danke, danke. Viel Spaß da haben wir. Viel Spaß da haben wir selber spielen. Klingt ja ganz so, als müssten wir hier wieder anfangen, irgendwie. Nein. Ich büge den Bildern, der Fäulnis auf den Bildern. Kommen wir. Hm. Moin, Shreel. Was ist jetzt passiert? Die Astat-Künstler-Kolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Wo es etwa 15 Jahre her sein. Hier haben wir auch noch mal eins, zwei. Guck mal, wie unterschiedlich das gelistet ist. Dass ein Hinweis noch mal auf irgendwas ist. Vielleicht halt mit den Bildern. Das könnte schon durchaus sein. Aber ich habe das eine Jahr jetzt hier durchaus gemacht. Der einfache Astrologie-Schlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig. Diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur zwölf an der Zahl waren. Wir müssen hier noch was machen. Ah ja. Sie sagt, dass wir die Zahlenkombination durchaus lösen können. Ist auch grün. Also irgendwas ist... Also ich schätze mal entweder damit oder mit den Bildern. Mal kurz schauen, ob wir in eine andere... ...eine andere Soinversum gehen können. Nein. Wir sind bereits imstande, es zu lösen. Das heißt, vielleicht doch noch mal mit den Bildern. Franklin... Oh, ich kann gar nicht mehr damit interagieren. EFN vielleicht oder so? Krosis Tagebuch. Okay, es muss also irgendwas hier mit zu tun haben. Ein paar von den Zeichen haben wir durchaus auch. Dann kommt echt ein Schieberätsel. Ey. Ey. Vorsicht. Dünnes Eis. Dünnes Eis. Eins, zehn. Warte mal. Hier gibt es keine zehn dabei, ne? Mit dem Cortez. Ja, zehn und elf gibt es hierbei schon mal nicht mehr. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen für den Arsch. Vergleiche die Namen der Ersttate-Künstler, um Zahlen zu erhalten. Ich sehe da diese... Elisabetta Parosi? Sternzeichen der Mitglieder der Künstlergruppe zu ordnen. Eins, zehn und elf. Aber hier haben wir weder eine Zehn noch eine Elf. Gucken wir mal, ob wir hier noch was sehen. William Ages, Franklin Mosey und... Nora Keyes. Sagen wir mal, William... William Franklin und Nora. So, ich glaube, ich brauche langsam echt... Ich muss mir langsam echt was sortieren. William Franklin und Nora. Zwei. Neun. Und Nora. Zwei, neun, vier. Und jetzt schauen wir nochmal nach. Das hier? Oh Gott, wie soll ich mir das merken? Zwei. Neun. Neun. Das müsste es sein, ne? Zwei, neun, vier. Zwei C's. Hörner und... Irgendwas mit Mathe. Sagt er nicht. Okay, aber ich schätze mal, so müsste es gehen. Was hatten wir? William Franklin und Nora. Achso, William Franklin und Nora. Ich glaube, ein Dreher drin. Mal schauen. William... Zwei. Franklin, zwei, neun, vier. Warte doch. Zwei, neun, vier. Ich denke, wir waren Gesteinbock. Ja, pff. Keine Ahnung, wie das aussieht. Zwei, neun, vier. Zwei. Neun. Vier. Das hier ist es. Zwei, drei. Ne. Zwei, drei, vier. Doch, das hier. Zwei, neun, vier. Äh, zwei, neun, vier. Das habe ich gemacht. Haben wir. Haben wir. Aber ich brauche auf jeden Fall was zum Zeichnen, glaube ich, auf Dauer. Zerbrochene Scheibe. Schlüsselgegenstand. Nehmen wir. Sie hat dunkle Verbrennungsspuren. Ob das wohl hier für das Ding hier draußen gilt? Ah, ja. Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Okay. Oh ja, natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber gucken wir, ob es jetzt das letzte Stück ist. Yay! Das in der Mitte kann ich auch nicht verändern. Tja, ich hatte ja mal gesagt, warte mal. Ah ja. Das passt noch definitiv noch nicht. Das passt schon eher. Ja, 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 entspann dich, entspann dich, Freund. So, zumindest die Parts haben wir schon. Das müsste ja erstmal irgendwie passen. Die Frage ist nur, kann ich das insgesamt drehen oder nicht? Allzu viele Möglichkeiten kann es hierbei ja auch nicht geben. Davon ausgegangen, dass der Rest, den ich hier habe, stimmt. Oder interessiert vielleicht nur der Teil am Ende in der Mitte? Aber wir haben ja zu ihr anscheinend noch mal was gesehen, hat er gesagt. Hat er gesagt. Zerbrochene Scheiben. Hatten Broilerkessel und der Uhr. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe den Verdacht, wer dahinter steckt. Jeremy... Ja gut. Moin Tilli, Moin Yaro. Die dicken Linien passen noch nicht. Aber du musst Mitte, links und rechts tauschen. Die Mitte kann ich nicht tauschen. Das geht nicht. Aber ja, ich sehe, was ihr meint. Ah, schaut mal. Das sollte aber passen. Ich denke, die Uhr ist kaputt gegangen. Oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben. Eins. Was war das mit 1, 10 und 11, was wir vorhin hatten? Ich werde mir auch das mal eben fotografieren. Wer weiß, moin auch, Anja, moin moin Also, wir haben hier drei, vier und sechs Kann ich irgendwas bewegen? Nops Drei, vier und sechs, das könnt ihr euch ja schon mal merken Kann ich jetzt hier noch, ey, nee, hier Kann ich hier zur Ah, verstehe Drei, vier und sechs Das Ding ist nur, vielleicht habe ich nur die falsche Anordnung, ne? Drei, vier und sechs können wir einfach nur noch anders anordnen Wir haben noch Sonne Das hier scheint so das Sonnengedöns zu sein Drei, vier und sechs No In dem schwarzen Glas ist ein Bild Es zeigt mir etwas Es ist der Korridor vor Jeremies Zimmer Was soll mit meinem Haaren passiert sein? Ich habe getobt, bevor ich angefangen habe zu streamen Kann schon mal passieren Ich meine natürlich, ein wilder Bär Hat mich draußen angegriffen Ich habe ihn verjagt Ich hatte nichts dabei Außer meinen eigenen Händen Und so Okay Also das müsste aber da gewesen sein, wo wir gerade waren Hätte ich jetzt gesagt, hätte ich jetzt gesagt Oh, da Das ist ein Bild, ja, ja Ich habe es geschafft Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet Das ist jetzt gut Oder ist das jetzt schlecht? Ist nur die Frage Das ist der Ölturm, den wir gesehen haben Oh, Bär Der war, ach, ich will nicht lügen Der war so, der war mindestens sieben Meter groß Aber da ich ja früher mal Hockey gespielt habe Wusste ich, was ich machen muss Das ist das Spiel Das ist ja ziemlich cool bis jetzt Man merkt, dass das Spiel halt auch ein bisschen teurer ist Als so die meisten kleineren Horrorspielchen Die wir mal hier und da versucht haben Das Geld haben sie wirklich gut reingebracht Ich meine, guck mal Ah ja, Hopper Es ist Hopper Erkennst du ihn? Hopper Sag mir nicht, du hast nicht Stranger Things gesehen Und ich will das kein zweites Mal sagen müssen Denn es ist eine große Gefahr, dass mich dabei verhaspelt Ölboot vom Bericht Mai 1923, Montag Alles gut, bereit für die Lieferung Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet Wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden Dienstag Lieferung verzögert, aber abgeliefert Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt Mittwoch Schof haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hartwood den Grabhügel zu zeigen Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden Donnerstag Mr. Hartwoods Arbeiten dauern länger an Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit Hartwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt Vermutlich Sabotage Das ist der Teufel, dem wir nun folgen Das ist der Teuf Mein Wolfgang 30 bis 40 Jahre Ja 35 Aber bald 36 an Gut geraten Die Vollvertonung ist echt cool Definitiv Den habe ich natürlich noch nicht Ich finde es auch ganz angenehm, dass sie an so Action-Junkies für mich gedacht haben Dass du auch zwischendurch mal eine Pistole abfeuern kannst Ich meine in Spielen, in denen ich nicht, sagen wir mal, so spätestens alle halbe Stunde einmal den abzudrücken kann Ich bin immer ganz kribbelig Tja So viel dazu Ich dachte ja, ich bekäme hier vielleicht noch was Wir haben 13 Kugeln Habe ich freundlicherweise für euch ausgerechnet Mal gucken, wie weit wir mit diesen 13 kommen Aber keine Axt mehr Die ist mir vorhin kaputt gegangen Dann noch Joe Daniel Ich glaube, da komme ich nur runter und nicht hoch Aber da war schon wieder ein bisschen Blut zu sehen Hey, hey Hey, hey Ich werde ihn wieder fallen lassen Ich werde ihn einfach wieder fallen lassen Ich werde ihn einfach wieder fallen lassen Ich habe zwölf Stunden Supermarkt zu mir? Habe ich gar nicht Es waren nicht zwölf Stunden Es waren neuneinhalb Stunden Wir müssen erst mal von der anderen Seite Und die Treppe ist kaputt Das ist natürlich irgendwie keine sehr gute Kombination Schaut mal, es ist tatsächlich so eine Tamolok-Tree Ich glaube es nicht Zauber Zauber Uni Heilung Ja, ich glaube wir werden gleich kämpfen Anlegestick Schlüssel Hm 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 Munizioni Okay, irgendwas ist da am Wasser Da fehlt etwas Ja, und es ist nicht der Anlegesteg Schlüssel Wir brauchen irgendeine Kurbel oder so Spaß Irgendwas ist im Wasser Die Karte ist hier nutzlos Die Karte ist hier nutzlos Wir müssen den Schlüssel irgendwo runterbringen Die Karte ist hier nutzlos Die Bassschläge die ganze Zeit So müsst ihr euch das Nein, wenn ihr jetzt den Bass bei euch voll aufdreht So müsst ihr euch das vorstellen Ist es, wenn man auf so einem Festival schläft Bei denen non-stop Musik läuft Genauso Oh, guck mal Ich glaube da habe ich euch übersehen Es ist Munizioni Yay 21 Kugeln Na bitte Das sind wieder alle so typische Typische Ami-Türen Da brauchst du auch keinen Schlüssel Da trittst du einmal freundlich gegen Wann war es das? Oder zündest alles an und wartest mal eben 15 Minuten? Frage ist, kommen die näher oder bleiben die da? Was doch immer ist Ich glaube das sind meine drei Kassierer aus Supermarkt Simulator So sehen sie dann aus, wenn die auf Rente gehen Okay Solange ihr da hinten bleibt Ja Verspreche ich euch Ich bleib hier drüben Und wir haben keine Probleme miteinander Na bitte Na bitte Ich denke mal mit dem Rohr könnten wir vielleicht Ne können wir nicht Daaaamit können wir Eine Kurbel Der Brückenhebel ist es Ist doch freundlich Hab es Ist der Eindruck des Spiels Nice Oder wie ich äh Sonst sagen würde Stößchen Juhu Ja mehr als fünfmal Heilung können wir nicht Schön da hinten bleiben Freunde Schön da hinten bleiben Irgendwas knurrt da Irgendwas knurrt da Was ist das? Was soll das sein? Aber es blutet definitiv Wir haben es schon gekält Es sieht also gut aus Tote böse Viecher sind die besten Totenviecher Lecker Die Rätsel sind cool Ja ja Ach alles in allem Also ich find's ganz geil Aber alleine ne Was so ne richtig gute Vertonung Okay Was so ne gute Vertonung alleine halt ausmacht Ist schon enorm Erdhutfisch Erdhutfisch Ja 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 Das war Das war die Die weitere Evolution Des Taschenfisches Wenn du dann so ein Fisch Sagen wir mal so fünf Jahre In der Tasche gemitten Rumgeschleppt hast Fängt der irgendwann wieder an zu leben Dann flieht der Ne Die Tasche ist dann quasi Was ähnliches wie der Beutel Von so nem Von so nem Känguru Und so und dann irgendwann Quasi wenn der wieder dann Reif genug ist dann Flutscht der so raus aus seiner Tasche Und Macht sein eigenes Ding Ist das nicht Schade Ich dachte da bekommen wir vielleicht Ich kann mir nicht mal einfach so angenehmigen Ich kann mir nicht mal einfach so angenehmigen Da ist ne Axt Ich will die Axt Er lässt automatisch die schlechtere Waffe fallen Ich glaube wir müssen ein bisschen den Ölbord schwaben durch Bin mir mittlerweile doch recht sicher Aber erstmal loofen Ich spiele es Nice Oh Guckt mal Hallo Ja sehr schön Wann hat er jetzt die Schaufel hingetan? Das ist ne gute Frage, oder? Zwischen die Arschbacken geklemmt Und der Schaft Der Schaufel Wann hat dann so das Hosenbein innen runter Oder wieso? Tarkasmus Der Tier von Rieschen Göttern Es wird lauter das Wummern Wir kommen dem Turm immer näher Wie viele Nahkampfwaffen geben die mir der bitte hier an die Hand Aber hier kommen wir glaube ich nicht rein humans Wir kommen Meinen Wir kommen Sieht eher schwach aus. Ich muss es nur irgendwie aufbrechen. Nein, so nicht. Vielleicht mit einer Naka-Waffe? Könnte das vielleicht sein. Aber unsere haben wir gerade kaputt gemacht. Vielleicht brauchen wir jetzt doch wieder die Axt. Oder wir könnten den hier machen. Ähm, nein. Okay. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich wirklich die Axt. So, wo ist sie denn? Das ist aber richtig Barrikade. Yo, mach ich. Aber erst, wenn sie wieder nicht mehr brennt. Meinst du, Master Ben, die Leute sind hier einiges gewohnt. Nur eine dünne Wand zwischen Zivilisation und Gewalt. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Ich hole mich. Oh, okay. Hey. Hey, Hey. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde ihm ja super gerne eins überziehen, ne? Und auch Quickbus Ah, nein! Darauf erstmal kurz, darauf erstmal kurz Das Ding aus dem Sumpf, ja, oder alles Einmal alles Irgendwas davon mit Sicherheit Okay, also irgendwann, selbst wenn man es schleicht, sagt er sich, nö Lass mich nicht verarschen Vielleicht hat er auch die Taschen damit bekommen Aber es ist weg Das heißt, es kann mir zumindest schon mal nicht in den Rücken fallen Früher, oder später Willst du beide Chance Nach dem Ersten Durchlauf, ob ich dann noch Die, die, die andere spiele Ach, wie hieß sie denn noch? Hartwood Emily, Emily Hartwood Vielleicht Je nachdem, wie gut es ist, Eugen Aber bis jetzt sieht es sehr stark danach aus I'm Groot Das war die Erwachsene Das ist die Erwachsene Form von I'm Groot Ich hab keine Schaufel aktuell Die eine, die er stand, die darf ich nicht mitnehmen Ausgegrutet Hier Denn das Ist ein Teppich drin? Was ist denn das? Was soll denn das? Die vereinbaren mich doch einfach nur Wann, du gestallt auf den Linkse Hey Och, wie groß Auch zwischendurch mal nett zu mir sein Sonst, sonst macht mein Sonst macht mein armes Herz das auf Dauer nicht mehr mit Wenn wir uns nicht wenigstens ein arm drauf Mein Dinges Bein ist eingeschlafen Zum Glück nicht mein, mein, mein Schussbein Das rechte So, La Gniappe Wir haben wieder eins gefunden Zwei von drei tatsächlich sogar schon Das ist die tote Katze Und das ist die Statue des Betrachters Das ist sogar eine mumifizierte Katze Wie macht's mir heute Abend schon schwer genug Hier Quick Ben Heute, heute braucht es Den, den netten Ben Ja, ich glaube Es hat uns hier mehr gekostet Als alles andere Das ich da gerade war Nächstes andere Schaufel Ich glaube Wir dürfen nur ganz bestimmte Schaufeln Als Waffe benutzen Nie die guten Nur die, die schnell zerbrechen Hm Hm Tss Balken war nicht da Der Balken war da Ich bin so seltsam Ist die Physik gar nicht Kann's schon mal passieren Vor allem wenn du älter wirst Lass damit aber mehr zu kämpfen, Carsten Aber macht ja nichts draus Oh, 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 oh Das hat ja wunderbar geklappt Irgendeiner kotzt sich da schon fleißig Panik Achs Ahhhh! Panik! Ich brauch'n Schnapschen! Oh! Mal noch James Bondow! Oh! Oh! Jetzt geht das wieder! Jetzt geht das wieder! Mein Schwarzherz! Wenn die Molly nicht statt wegzuschmeißen... ...einfach trinken, also... Guck mal, da wär's sogar noch ein, ne? Laufhopper! Genau! Laufhopper! Tja, wir müssen da irgendwie rüberkaufen! Ich tippe mal über diese Brücke! Und das sind noch mehr komische Viecher im Boden! Hat er nicht grad noch Molly? Wir können's von hier aus durchaus mal versuchen! Wir dürfen Molly zu killen! Doch einer stand hier noch, oder? Jaaaa! Ehrlich! Ehrlich! Ja, der geht ja immer so komisch ran! Und man sieht ja immer immer so schlecht, aber... Okay, stört die doch nicht so sehr, wie ich gedacht habe! Hab ich sie überhaupt getroffen mit dem Molly? Ich glaube nicht, das hat er hintergebrannt! So, Hopper! Ich reiß sie zusammen! Ja, ist ne Waffe! Wenn's nicht die beste ist, also ich würd's leider versuchen, dann! Ach, es muss einen Weg auf diese andere Seite geben! Kaffinan! Ich schalte die Ölpumpe ab und mal auf den Turm... Ja, 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 ja! Machen wir, machen wir! Lauf erst mal kurz! Ui, 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 ui! Jaa! Das ist jetzt ja irgendwie ein bisschen Urkohl, oder? Jaa! Nein! Weitere! Okay ist, äh, ich glaub, wir sollten uns ranhalten. Zum Glück ist der Ölförderturm nicht auch aus Holz. Na gut, und was jetzt? Naja, ne? Ich würd mal sagen... Schlüsselgegenstand, fester Stoff, mh, fester Stoff ist der beste Stoff, der beste. Komm schon, Kambi. Würdest du nicht lieber in den Tod stürzen? Oh, 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 oh. Easy. Opa macht das mit links. Spaß und nur kann dir. Jetzt sind wir ganz knapp rausgekommen. Aber wir haben noch 15 Kugeln und wir haben noch zwei kurze. Das heißt, eigentlich sind wir gut dabei. Die Kugeln können uns ruhig ausge... Irgendwas ist da. Oswald? Was ist da? Ist das für ein Ding? Was? Moin, moin, Sankt Pagasius. Ich geh mal in den Schleichmodus. Ich danke dir, Sankt Pagasius, für die elf Monate im Stufe 1. Und vielen Dank. Und Hallo. Holy schmoly, so ungefähr, ne? Ich höre mehr als eine Sache. Hier auf jeden Fall knistern. Ich weiß nicht, ob ich rennen soll oder schleichen. Versuch's mal erst mal leise. Das scheint eine Hürde zu sein. Vielleicht ist die... Bietet die genug Schutz für das, was auch immer dahin gerade gewesen ist? Es ist der hasserfüllte Hügel, vor dem Jeremy in seinem Buch geschrieben hat. Ja, jetzt können die 15 Schuss wieder klapper werden. Kommen Sie nicht näher. Ich bin bewaffnet. Packen Sie das Ding weg. Wer sind Sie? Und was machen Sie hier? Ich bin nur ein Detektiv, der nach etwas sucht, das Taro Ehe heißt. Sind Sie auch hinter Jeremy her? Weshalb? Ich arbeite für seine Nichte. Sie will wissen, ob es ihm gut geht. Er ist zwar unverletzt, aber gut geht es ihm nicht. Er ist ein Fluch für der Seto. Geht das wieder los? Ruhe! Grundkültiger. Okay. Ja, die Schrot, die brauchen wir, glaube ich, langsam, wirklich. Das wäre nicht so verkehrt. Moin, Thorsten. Wie ist das Spiel bis jetzt? Cool. Das hat ordentlich Spaß. Kann ich dir sagen. Okay. Oh. Können wir das Ding jetzt mitnehmen? Nein. Okay. Irgendwas müssen wir dafür noch machen. Aber ich denke mal, die Schroti werden wir brauchen. Was haben wir denn jetzt alles Neues? Jetzt müssen wir mal überlegen. Ich muss eigentlich wieder zurück und wieder eins drüber. Wir müssen rein theoretisch doch immer noch zu Cassandras Raum. Das Einschussloch. Es ist weg. War dafür eine Riesenvieh. Und lebt die Dame noch, die wir gerade gesehen haben? Ich glaube nämlich fast nicht. Nein, nein. Es sei denn, irgendwie in irgendeiner Art und Weise bleibt man vielleicht die Zeit stehen oder so. Ich weiß das auch nicht. Das ist denn jetzt unsere Quest aktuell. Guck mal eben. Es war ein Reinfall. Die Ölpumpe und der hasserfüllte Hügel hatten ihn Jeremy kein bisschen näher gebracht. Karnby war sich sicher gewesen, auf Gold gestoßen zu sein, als er Jeremy's Tasche gefunden hatte. Aber es war nur eine Falle von Lotti, einer von Dosedos Pflegerinnen. Danach war alles schnell eskaliert, aber irgendwie hatte Karnby es geschafft, nach Dosedos zurückzukehren. Wenn auch ohne neue Erkenntnisse. Immerhin hatte er eine Sache von der Liste streichen können. Jetzt musste er herausfinden, was er mit dem Kessel machen sollte. Okay, also doch der Heizkessel. Na gut. Wenn sie es nicht anders wollen, dann wollen sie es nicht anders. Oh, wir können glaube ich so rum da rangehen. Warum kann ich mir die Schrote denn nicht einfach mitnehmen? Ich meine, das wäre es doch, oder? Irgendwas sagt mir, dass wir wahrscheinlich im Kampf gegen das große Vieh die Schrote auch brauchen. Haben die mir eigentlich eine Kugel abgezogen? Ich glaube nicht. Ich kann auch nichts nachladen. Scheint noch zu gehen. So, da wären wir. Und jetzt müssen wir wieder nach oben. Da war ich vorhin nämlich noch nicht durch. Wir können zumindest am linken Gang noch die hinterste Tür rechts nutzen. Und auf der rechten Seite waren wir auch noch nicht. War noch abzocker. Oder wir versuchen das Ding hier einfach nochmal. Ich meine, wir haben ja, ne? Das komische Amulett und allem. Können wir nicht einfach da nochmal rein, so nach dem Motto? Das müsste doch irgendwie gehen. Also wenn du in dem Spiel so eine Tür öffnest, weißt du eigentlich nie so ganz genau, was passiert. Ob doch noch der Gang von vorhin ist, oder? Nein. Beides durchaus möglich. So, diese Tür hier rechts, die haben wir noch nicht benutzt. Die aber auch insgesamt ein bisschen crazy aussieht. Und sie ist blockiert. Na toll. Wir brauchen fürs Heizungskeller, Lee. Da brauchen wir auf jeden Fall noch eins. Und ich glaube, wir brauchen trotz alledem unten immer noch den... So ein Hebel oder sowas. Und verdammt, ich brauche die Schrotflänke. Das muss ich aber nicht so haben. Boah, da fällt uns noch was ein. Ich brauche den Schlüssel. Ah, nein. Darauf habe ich gesetzt. Shit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dachboden. Kesselraum. Ja, wir müssen uns den Kesselraum anschauen. Ich meine, so weit, so weit, so weit ja, ne? Aber es bleibt dabei. Lösbar, erkundet, verschlossene Tür, aufschließbar, Rätsel. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wollen wir mal bei den Zielen. Repariere die Zielscheibe am Heizkessel. Habe ich das? Ich glaube nicht. Ersetze das fehlende Ventil, um den Dampf abzustellen. Das habe ich beides nicht. Wir können mal runtergehen. Vielleicht hat sich ja irgendwas verändert. Ich meine, die komische Verrückte, die sich in der Küche eingeschlossen hat. Vielleicht ist die der Schlüssel. Gehen Sie raus aus meiner Küche. Meine Küche. Achso, im Sohn mit komischen Viechern. Da geht man nicht in den Schleichmodus, sondern ins Bett. Okay. Wieder? Okay. Interessant. Interessant. Tja, wir könnten genau. Hier sind wir hoch. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht durch. Hier könnte was sein. Soll das eine Tür sein? Oder ist das ein Fenster? Das können wir nochmal eben versuchen. Aber ansonsten würde ich eher in den Keller gehen. Direkt zum Heizungsgedöns. Und dann würde ich einfach mal versuchen, ob wir da mittlerweile irgendwas machen können. Weil irgendwie gibt es ja nicht nur Türen, die wir selber aufschließen können. Sondern es gibt irgendwie auch Türen, die von selbst wieder verschlossen werden. Nope. Da geht es nicht durch. Schade. Schade. Ich habe das allererste Mal auf dem PC gespielt und fand das ganz gut. Damals, meinst du? Horsten, ja. Also, ich spiele das Ganze insgesamt auch zum ersten Mal. Also, jetzt finde ich es ziemlich gut. Macht mir sehr viel Spaß. Wir müssen endlich lernen, wie wir uns porten können. War da nicht was von wegen hinterm Boiler versteckte Scherben? Ja, aber wir kommen hier leider nicht dahinter. Wir gehen mal runter. Wir versuchen es. So ist es nicht. Ich werde mal runter gehen. Aber ja, vor dem Mädchen geschrien mit Text. Da stand irgendwas mit dabei. Guten Abend auch. Johnny Boy. Johnny Boy. Wir gehen einfach noch zwei Sachen. Ach, zwei, weißt du? Ich meine, allzu viele Räume geben wir dir tatsächlich gar nicht, die wir ablaufen können. Nur mal so. Also, was das angeht, müssten wir vielleicht einfach durch reines Trial and Error auf Dauer weiterkommen. Moin. 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 Wir kommen da halt nicht vorbei. Moin auch not, blöd. Solange da dieses heiße Gas ausströmt, wahrscheinlich Wasserdampf oder was auch immer, solange kommen wir einfach da nicht durch. Das heißt allerdings, hier unten im Keller sind wir damit durch. Das witzige Snap, wo ist eigentlich Emily? Ich meine, so groß ist das jetzt hier auch nicht alles. Und die ist einfach mal gar nicht da. Das heißt, entweder haben wir irgendwas übersehen oder irgendwas wird verändert. Und auch Matrix Man. Ah. Tja, da habe ich aber auch nichts für. War das die, die wir eben gerade gesehen haben? Die gegen diesen Riesen-Wald-Unhold gekämpft hat oder so? Wirklich? Aber allzu viele Möglichkeiten bleiben uns auf der Ebene tatsächlich nicht. Library, da kommen wir rein. Hier geht's rüber. Schauen wir mal eben oben nach. So viele Zimmer gibt's hier nämlich nicht. Der ist immer noch blockiert. Da kommen wir nicht. Private, nur Entry. Ja. Also ich bilde mir ein, für die eine oder andere Tür hatten wir bereits schon Schlüssel. Aber der ist irgendwie zappetizappt, zappt, zappt. Einfach nicht mehr wirklich bei uns. Also versuchen wir's mal durch die Library. Ist doch noch irgendwas im Winde-Garden? Vielleicht müssen wir diesen Riesenbaum fällen, diese Beide. Und können damit den Rest irgendwie anzünden oder sowas. Ach, nö, oder? Ja. Ja. Halt mal kurz. Für die Malerei gedacht, aber dünn genug, um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Aha. Hä? Überlegungen zur Macht des Werfs in bestimmten Texten. Von Juan Luis Jorge. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang, trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen auf der Viralspillern. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelernt werden. Oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wenn man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne, auf welchem Weg auch immer, ist kein Korrigieren des angeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Ja, interessant. Das hier könnte interessant sein, ne? The Great Library. Taurus. Ich sehe schon die Kommentare förmlich vor mir. The Great Library. Das scheint eine Art Schlüsselsystem zu sein, halt wie du dich irgendwie darin bewegst oder so, ne? Oh, hallo, Wohnzimmerschlüssel. Na, danke aber auch. Den hätte ich wahrscheinlich schon gebrauchen können. Halt die I gedrückt. Jaja, machen wir. So, wir sind hier. Jetzt können wir den Empfangsraum öffnen. Na bitte. Massive, massive, sehr, sehr, sehr massive Tür. Ist fest verkeilt. Es hat geklappt. Sag bitte, dass ich den mehr als einmal nutzen kann. Ja, wir haben ihn noch. Weil es gibt ja noch so die eine oder andere Tür, die wir damit öffnen können. Ja, sein könnte, dass es ein Eimerspachtel ist, ne? Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Wir haben... Aber ja, anscheinend fehlt was. Aber wir haben ja gerade ein Sternbild gesehen, ne? Also... Die Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Das Spiel, wie wir es jetzt so finden. Gut, fragt Fred. Macht mir sehr viel Spaß. Ja, ist auch gut, ja. Also, was brauchen wir wohl? Hm, vielleicht die Barlow-Linse. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist. Aber erst mal brauchen wir die Linse. Kellerschlüssel. Uh. Ich glaube, damit kommen wir jetzt in den Weinkeller. Hundehalsband haben wir gefunden. Uh, jetzt damit haben wir das hier tatsächlich durch. Öffnet den Schrotflintenschrank. Die Einsamen und die Verlorenen wandern durch ein Land der Furcht. Wenn es nichts gibt, das Du erkennen kannst und niemandem, dem Du vertrauen kannst, bereitest Du Dich auf das Schlimmste vor. Etwas wird kommen und Du solltest vorbereitet sein. Nimm die Waffe aus dem Salon. Mache ihnen die Hölle heiß. Das klingt... Die Einsamen und die Verlorenen wandern durch ein Land der Furcht. Wenn es nichts gibt, was Du erkennen kannst und niemandem, dem Du vertrauen kannst, bereitest Du Dich auf das Schlimmste vor. Etwas wird kommen und Du solltest vorbereitet sein. Nimm die Waffe aus dem Salon. Mache ihnen die Hölle heiß. Ah, das mache ich, das mache ich. Wollen wir es zu Blacks? Was ist das? Genau das habe ich vor. Okay, ich glaube, mehr können wir nicht machen. Aber damit, mit dem Schlüssel müssen wir in den Weinkeller kommen. Und ich kann mir verdammt noch eins die Schroti holen. So gefällt mir das schon besser. Oh, yeah. Bam, bam, sah ich nur. Bam, bam. Zwei Kugeln zwar nur, aber was soll's. Huh? Was? Was ist das? Weißt du Bescheid, John, John, weißt du Bescheid? Eine Spitzhack haben wir schon mal. Das war ja frech. Ich habe mich schon gewundert, wie durch die Tür, da sind wir doch gerade noch durch und allem und jetzt hier und dann der. Jetzt sind wir wieder in irgendeiner komischen anderen Welt gefangen erst mal, so wie es aussieht. Zwei Schuss mit der Schroti. Heißt? Wir hatten zwei Schuss, jetzt haben wir noch einen. Ja, jetzt passt es wieder, jetzt können wir wieder normal uns bewegen. Also ab in den Keller. Die haben übrigens zwei Schlüssel bekommen. Und den Spachtel, den haben wir jetzt auch. Das heißt, wenn ich so mal eins nach oben gehe, genau das hier können wir jetzt öffnen. Wir können das Wohnzimmer öffnen. Uh, das heißt wir können zu Cassandras Zimmer durchaus gehen. Aber erst mal in den Keller. Können wir jetzt die Küche wieder öffnen? Nein, immer noch nicht. Aber. Da ist der Weinkeller. Töp-töp-töp-töp-töp. Wir sind wieder im Spiel. Und hier hieß es ja, ist was versteckt. Sicherungskasten. Okay. Ja, also ich habe keine Sicherung. Und irgendwas sagt mir, dass ich da nicht durchgehen sollte. Ah. Ah, okay, das ging schnell. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt müssen wir wieder einmal komplett durchs Haus rennen oder so. Und Spaß. Es hat geklappt. Schrotti, ja, Hosenbein. Wie wir die schaffen vorhin. Wir haben ja zwei Hosenbeine. Ventilgriff. Haben wir. Ja. Ja. Dann mal zum Heizungskeller weiter. Warte mal. Okay. Okay. Natürlich muss jetzt hier alles dunkel sein. Da ist noch irgend so ein Vieh. Ja, der Konsolenport von Stalker finde ich eine Option zu spielen. Aber das normale Stalker, also die ganzen Stalker-Sachen, die es bis jetzt gibt, gibt es auch gerade für den PC-Quadro-Groms. Also ich sehe da jetzt den Mehrwert nicht oder so. Da gibt es da irgendwas anderes. Ich brauche Kontext. Hey. Den Spaß haben wir schon mal. Jeremy? Was zum Teufel ist hier los? Wo ist die Leiche? Wenn es eine gegeben hat. Wer weiß noch, ob wir uns das nicht alles eingebildet haben. Aber zumindest haben wir eine zerbrochene Scheibe bekommen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, brauchen wir da auch schon wieder zwei. Wer hat die Pocken? Ja, der hat sie. Guck mal, Licht ist wieder an. Das ist schon mal gut. Ah, eins fehlt noch. So, jetzt mal eben gucken. Oh, Muni. Das ist schon mal nett. Wir haben, wir können aber eine ganze Menge noch verschiedenster Türen öffnen. Und ich glaube, wir kommen ja bis zu Kassandras Gedöns noch durch. Und das HI ist ja vorhin, glaube ich, dass da noch was wäre. Puzzle, yeah. Ja, bald. Nein, Null Mehrwert ist einfach nur ein Porsche. Ja, bald. Das ist ja auch auf dem PC-Spiel. Aber das Spiel doch viel lieber auf dem PC. So, jetzt können wir den jetzt manchmal schon mal öffnen. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin wieder im Rennen. Oh. Sie war die Perverse. Danke. Ist die Decke etwa eingebrochen? Ich habe gehört, es war was auf dem Dachboden. Etwas, das hätte sein sollen, aber dann nicht wahr. Wie das solche Konsequenzen haben kann, verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es hier so aussieht, aber... Ich wette, ihr Freund Jeremy weiß es. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Oh, ich schätze in seiner Vergangenheit. Er redet immer zu von diesem mysteriösen Schattenmann. Ich glaube, er versteckt sich vor ihm. Oder ist vielleicht bei ihm. Ich kann dem nicht ganz folgen. Sie scheinen sich keine großen Sorgen um den Zustand hier zu machen. Ich sorge mich selten. Sehen Sie sich doch nur hier um. Sie halten das vielleicht für eine riesige Verwüstung, aber ich finde, wir haben endlich den richtigen Stil gefunden. Es passt perfekt zum Zustand dieses Orts und den... Verrückten. Das gilt auch für den ganzen Unsinn mit Jeremy. Meiner Ansicht nach haben wir endlich eine Entsprechung für das Chaos in uns allen gefunden. Also, freut mich, dass Sie es so angenehm finden. Sie verzeihen sicher, wenn ich für Ordnung sorge in der Jeremy-Sache. Der Raum hier übersteigt meine Fähigkeiten. Viel Glück, Detective. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Wiedersehen, Miss. Ich schau mal, Sacknacken. Also, an Stalker Nominee habe ich mich tatsächlich schon mal versucht. Mit Toril und allem. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe es trotzdem nicht zu laufen bekommen. Aber wenn TrueStalker da einfacher ist, kann ich mir das durchaus so. Und auf Deutsch, da wird der mal besser. Ja, ja, Opas, Opas, Mitte-Ende-20er müsste das spielen. Das war die Perverse. Sag mal, nur so aus reiner, äh, direkter Neugierde. Kann ich noch mehr von diesem Whisky haben? Nur zu, Detective. Ich glaube ohnehin nicht, dass ich noch mehr vertrage. Ja, aber, 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 wo ist der Whisky? Störe ich sie? Im Gegenteil, Detective. Ich schaue gerne Profis bei der Arbeit zu. Nun, ich sollte wieder los. Auf Wiedersehen, Detective. Lassen Sie sich von niemandem reinlegen. Ah, der hier raus. Einmal richtig voll auflassen, ja, denke ich mir nämlich auch. Okay, witzig, da haben wir zumindest schon mal die gefunden. Wir müssen echt so einiges jetzt hier mittlerweile öffnen können. Ja. Okay. Betten da oben darf ich nachher auf den Balken balancieren oder sowas. Was? Oder so? Sieht aus wie irgendein, was zu essen. Weignet. Aber das wird französisch sein, also. Beignet. Abkürzung. Sag's ja mal wieder. Amolok Beste. So, ich versuche mal auf der anderen Seite noch was zu bekommen. Aber ist schon cool. Moin, 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 moin. G-Force. He, he, he. Den Abend, der Herr war. Weiß. Ich hatte ja ganz gerne mal... Wieso habe ich denn sieben Schrotenkugeln? Was ist denn da schief gelaufen? Eieieieiei. Okay. Ich sag mal. Ich sag nicht nein, aber... Habe ich nie gefunden. Wo hängt da so ein Bett? Erstmal nach oben, oder? Ist das ein Versuch wert, wenn der Sommer noch oder so ist? Ja, also. Ich schau's mir mal an. Was bei TrueStalker dann alles mit dabei ist. Weichnagel. Ja, ne? Soll ich das Auftakt spätestens für Stalker 2, so Ende des Jahres oder so? Da seh ich schon durchaus einiges. Wenn ich da mal auf Dauer nicht noch irgendwas machen kann. Oder... Nein. Aber immerhin muss ich jetzt nicht mehr so schwer schleppen. Jetzt habe ich schon mal ne Kugel weniger. Aber hier muss man doch hundertprozentig was machen. Erzähl mir doch nichts. Aber erst später oder so. Ganz sicher. Jetzt bin ich sogar tatsächlich ganz oben. Wohnzimmer, ja klar. Dort können wir noch machen. Das können wir noch machen. Okay. Wie gesagt, Cassandras Raum. Das wär's irgendwie noch. Aber ich darf hier trotzdem mal nach unten. Nur mal zu gucken, was hier irgendwie noch passiert. Alles gut, Cassandras. Mich hat's nur ein bisschen irritiert. Ja, aber ich war... Meiner... Meiner... Meiner nennt es böse. Hätte ja sein können. Dass da noch irgendwas anderes ist. Verdampft irgendwas. Ich brauche den Schlüssel. Ja, ja. Ich denke mal, das werden wir irgendwann später brauchen. Aber jetzt sind wir zumindestens schon mal hier. Oh, das ist diese elende Teppichkiste. Ich wollte schon sagen. Kurbel wird ja nicht zum Spar... Äh, was? Kurbel? Wie? Was, was, was? Ja... Wir haben uns aber schon eingekurbelt vorhin. Spritze. Spritze. Uh, wir haben hier was... Verbotenes Wissen. Setbonus Text anzeigen. Als die Welt ein neues Jahrzehnt betrat, geriet Amerika in einen Mahlstrom von Schulden, Dürren und Tod. Man nannte es die große Depression, und es trieb viele Familien in den Ruinen. Es war ein nur zu passender Name, denn Armut bringt Wahnsinn durch Versweiflung hervor. Jeremy war natürlich kein solches Opfer, denn er hatte die Finsternis im Inneren bereits gesehen. Er kannte den Schatten auf der Swelle nur zu gut. Er war nicht neu, sondern etwas, das ihn immer schon begleitet hatte. Ah, was bist du, Hübschert? Ein Schlüssel. Medizinkistenschlüssel. Ah! Ich weiß rein zufällig, wo dat war. Nämlich ganz in der Nähe der Treppe, die er uns in den Keller geführt hat. Das dritte Mal, dass wir jetzt diese komische Teppichkiste geöffnet haben und da einfach gar nichts war. Spritze, Rattengift, Nachttisch, hm, ja, 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 ja. Er tipps. Ach! Mehr von dieser aggressiven Fäulnis! Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedanken voll Lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun. Worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos. Das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen. Allein. Hört mich und wisset. Gezeichnet sind wir. Allein in der Finsternis. Dreckig sein. Du kannst. Mantra. Die Rekord werden. Hörtlich sein. 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 Insetzion. Hörtlich sein. Bein, дев, ein Bösen. Hörtlich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ganz angenehm, dass sie dir bei den Texten ja durchaus anzeigen, ob da was dabei ist, was du brauchst oder nicht. Ist das immer eigentlich ganz angenehm. Camo Lock 3000. Ja, Perfekto. Nicht so ganz Perfekto, aber fast Perfekto. Jetzt Perfekto. Beziehungsweise deine Zeit kommt danach. Das kommt doch vor. Ja, komm, G-Force. Das muss man kennen. Das ist klar. Das ist genauso wichtig wie der Text für Happy Birthday oder so. Das muss einfach. Das haben wir bekommen. Ist ein Schlüsselgegenstand auf jeden Fall. Dr. Jenkins Halspasteln. Ja. Das sind die Guten. Die mit Kokain. Eines von mehreren Medikamenten, die der Autorin Cassandra Bourguer verschrieben wurden. Diese Flasche enthält Tabletten, die Halsschmerzen lindern und zwei lebenswichtige Vitamine enthalten sollen. So, einmal rüber. Übrigens finde ich es witzig, dass es die ganze Zeit so im Abendrot bleibt, ne? Also in der vollständigen Druckleitzung bist du jetzt noch nicht angekommen. 1, 2, Happy Birthday von 06, 7, ja. Opium. Ja, ich denke auch. Kokain und Opium. Jeden was dabei. Hindert auch die Halsschmerzen. Ist doch klar. Den kenne ich, glaube ich. Ups. Ich glaube, das Bild habe ich schon mal gesehen. Ist das Sir Arthur Wellington, als er noch jünger war? Das ist schon ein ziemlich witziger Kragen dazu, oder? Einzige Nörgler, ich denke auch, wenn es hilft, dann hilft es, ne? Auch wenn am Ende der Paceo dabei hilft, geht es. Na ja, ne? Okay. Eine Tür auf und erst mal zig neue Rätsel oder so bekommen. Das muss das Zimmer von diesem Mädchen sein. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Befrage. Sehr gute Frage. Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Blöke und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Aber so oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Maske für das Fest fertigstellen würdest. In Liebe, Ruth. In Liebe, Ruth. Das ist doch gruselig. Also mal ganz ehrlich. Das sind ja das für komische Küppchen und so. Ha. Ja. Ist gerade die Taschenlampen-Beschein nur so peu à peu ausgegangen? Habt ihr das gesehen? Zwei von drei. Es wird interessant, wie viel wir beim zweiten Lauf dann davon noch überhaupt auffüllen können. Wie viel wir dann beim ersten Lauf übersehen haben. Aber ich würde sagen, bis jetzt sind wir ganz gut dabei. Also alles, glaube ich, so halbwegs. Alles, was ich bis jetzt mitnehmen konnte, müsste ich auch mitgenommen haben. Hätte ich gesagt. Was wird das? Malst du ein Bild? Nichts Besonderes. Mir ist langweilig. Kenne ich dich von irgendwoher? Ich erinnere mich an sie, Mr. Karnby. Woher? Nicht anfassen. Cassandra fände das nicht gut. Das fände sie gar nicht gut. Weißt du, wo sie ist? Ich will lieber nicht drüber reden. Das macht mir Angst. Außerdem kommt sie nach dem Johannesfest wieder. Glaubst du? Ja. So steht es geschrieben, Mr. Karnby. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Na schön. Ich gehe dann lieber, wenn das okay ist. Ich bleibe nicht gerne lange an einem Ort. Mr. McCarthy könnte mich finden. Hey. Ist er gemein zu dir? Nicht alle müssen gerettet werden, Mr. Karnby. Das sollten sie langsam wissen. Alle hören. Okay, die war auch ein bisschen komisch. Hier ist Cassandra Bogart also gelandet. Aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, sie wäre vor Jahren gestorben. Schon wieder mehr von dieser Fäulnis. Als würde sie mich irgendwo hinführen. Aber wohin? Warum ist die auf so einer Flasche, die irgendwo rumsteht? Also wenn irgend so ein komisch... Wenn ich das komplette Flaschenset finde, kann ich vielleicht mit diesen Fäulnisflecken etwas anfangen. Okay, also ich sag mal so... Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Ja, wahrscheinlich die vierte Flasche. Steht da wahrscheinlich sogar gerade. Miss Bogart. Heute habe ich ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie sie wissen, muss sie zu ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt. Und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. Mr. Waits. Moin, Shinya Yoko. Medizin? Lottis Zimmer? Okay. Das hier ist dann die letzte Schlüsselgegenstand. Okay, das heißt, jetzt haben wir tatsächlich alle. Eines von mehreren Medikamenten, die die Autorin Cassandra Borega... Genau, das kennen wir ja. Boah, oder? Okay. Hey, es gibt auch nur das eine. Gibt es auch nur das eine? Also das hier sieht schon sehr stark danach aus, als wenn das zusammengehört. Das ist halt die Frage, ob das wirklich ans Ende gehört, ne? Flasche abstellen, Flasche bewegen. Kann ich die vielleicht noch anders drehen? Nee, oder? Was ist denn da? Die Fäulnis hat die Form einer Schlange. Hier muss es etwas Wichtiges zu finden geben. Vielleicht haben die Zahlen auf den Etiketten etwas damit zu tun. Ich sehe jetzt zwei, fünf, sieben. Zwei, fünf und was ist das hier in der Mitte? Eine Eins? Nee, das ist so ein komischer Strich. Siehst du hier, was da in der Mitte steht? Zwei, fünf, sieben auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich werde ich das Ding damit öffnen können, ne? Zwei, fünf, sieben. Wieder eines von diesen seltsamen Vorhängeschlössern. So. Zwei. Fünf. Das hier. Zwei, drei, vier. Fünf. Zwei, fünf, sieben. Zwei, fünf, sieben. Zwei. Fünf. Doppel C, Doppel I und Luftballon. Doppel I. Doppel C. Luftballon. Ah, bist du wieder vertauscht? Zerbrochene Scheibe. Perfekt. Perfekt, jo. Das ist es, was ich brauche. So, da kamen wir her. Das war das Kinderzimmer, da waren wir schon drin. Das heißt, der Raum fehlt uns noch. Ein Badezimmer. Schön auch hier fleißig mit Kakerlaken unterwandert. Und herrlich. Sehr, 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 sehr herrlich. Erkundet? Abgeschlossen. Ja, ja, okay, genau. Ja, wir haben hier noch den Globus mit dem Körber. Können wir früher oder später irgendwas machen? Aber jetzt haben wir ja eigentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in den Keller runter. Ja. Wir können mit dem Spachtel weg. War das echt nur die zweite Tür? Ja. Wir können tatsächlich nur das letzte Rätsel noch im Kesselraum haben. Hier wäre so, als hätte ich noch eine dritte Tür gehabt mit Türspachtel. Ja. Brauchst du nix. Salos-Bombons? Ja, die sind ja auch geil, Telekom. Die mag ich auch. Es gibt von Salos mittlerweile auch so ein paar andere Sachen, die ganz geil sind, Telekom, wenn du darauf stehst. Die Extreme mit extra Salzfüllung in der Mitte. Aber auch die weichen Salos sind ziemlich geil. Es gibt mittlerweile auch so zwei weitere Sachen. So, wir müssen hier rüber. Wir müssen da rüber. Und dann müssen wir da runter. Sollten wir hinkriegen. Moin, 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 space. Peace. Amt. Aber jetzt ist es auf jeden Fall so gut, dass ich da auch ganz gerne den zweiten Run machen würde mit ihm. Wo ich ja fast drauf tippen würde, dass es ähnlich wie bei Resi 2 ist. Dass da großteilig dann doch irgendwie das ähnlich ist. Da war es ja auch so, dass du sagen kannst, so vielleicht 30% oder so. Aber ja. Na? Ja? Durchaus, durchaus. So, dann machen wir mal, ne? So. So, dann machen wir mal so ein bisschen mit den Randstücken an. Das hier sieht nicht richtig aus. Das ist, äh, schon mal interessanter, würde ich sagen. Die Frage, wo ich anfange, kann ich das auch drehen? Selbst das kann ich drehen. Eieiei. Ah, gucke mal. Die, die kleineren Ecken. Die sind fest. Die sind fest. Ah, wir haben einen Anfang. So, da teils. Wird ich da auch da unter? Nö. Was da ist? So, jetzt brauchen wir eins von den Dinger. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ah, sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Tja, schwer, oder? Ich glaube, das ist sogar tatsächlich richtig. So, dann müssen wir mal hier gucken. Das passt schon. Hier ist Teile der Sonne noch zu sehen. Das heißt, du kommst da hin. Das passt eigentlich auch. Hier oben passt es noch. Waren wir da was Falsches? Ich würde sagen, du passt da noch nicht ganz rein. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, also ich würde sagen, beim unteren Teil sind wir richtig. Also, das hier müsste alles stimmen. Ah, warte mal. Nee, doch, passt. Genau. Das hier müsste... Ah, nee, warte mal. Nee, 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 nee. Doch. Es sah so aus, als wäre es Teilstück vom... vom... Ein... Och, nee, hör auf noch. Hm. Und was fehlt? Und vier? Um rechts würde ich drehen. Ach ja, genau. Wir können es ja noch so drehen. Ah ja, warte. Ich passe doch so, oder? Ey, so ist gut. Hier? Ey, nee, nee, das ist schon richtig. Diese komischen Schlieren, ne? Ich kann die Sonne noch drehen. Das ist es. Kann ich, glaube ich, das auch wieder rumsetzen. Genau, hier, guck mal. Der Feuer... Das Feuergedöns. Was ist nämlich... Warte mal, wo kriege ich dich noch unter? Nicht ganz. Nicht ganz. Aber eigentlich sieht das so gar nicht so verkehrt aus. Die Sonne nach rechts, meinst du? Hier passt doch nicht so ganz. Scheint wie eine Art der Komete zu sein, oder? Zweimal einsteigt, oder so ähnlich. Also, da die untere Hälfte stimmt, würde ich sagen. Wir gucken mal, dass wir uns anhand dieser schwarzen Linie hier durchaus orientieren. Obwohl wir haben... Guck mal. Hier oben haben wir auch solche Ecken. Also, das Ding müsste passen. Das sieht recht gut aus. Hier dieser Wolkenpart. Wo kriege ich dich noch notfalls unter? Das sieht besser aus. Wir haben hier noch? Guck mal, hier ist definitiv ein Teil davon. So, warte mal. Dich noch woanders hin. Ja, aber das passt. Das ist schon okay. Das ist okay. Feuerschweif... Achso, warte mal. Letzermass. Schönes Essen. Hm. Hm, sagt er. Leider kein Stiefpuzzle. Das meine ich, ne? Es war, ne? War ganz cool gemacht. Aber es war lösbar. Es war nicht frustriert. Also, von so einer Drehzahl ganz angenehm. 7, 5, 9. 7, 5, 9. Ich mach mir meinen Pfund. Das nächste. 7, 5, 9. Hier können wir nichts machen. Vielleicht ja nochmal nebenan. Hm, nein. Das müssen wir jetzt eigentlich noch machen. Oh, das können wir lösen, sagt er. Die Medizinflaschen wiesen Fäulness-Spuren auf ihren Etiketten auf, die auf eine größere Form hinwiesen. Sie mussten nur richtig aufgestellt werden. Aber wozu? Ne Talismann haben wir ja dabei. Damit machen wir es. Also, 7, 5, 9. Oder von klein nach groß wäre es 5, 7, 9. Dann mal los. Nein, das ist nichts. Das ist nichts. Weinkeller. Brennkessel. Also, zum Weinkeller kommen wir definitiv recht gut. Waren wir gerade erst. Äh. 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 Eben mal kurz was kontrollieren. Okay. Ja, das sein könnte, dass wir noch dass sich auch die anderen Wege schon mal geändert haben. Aber nee. Mein Badge Racing. Zweite Reihe. Teil oben drin. 99 Grad. 90 Grad. Alles klar. Ich frage mich ja. Ob, ob, äh, die Hardwood. Ob sie, ich meine, die hat ja keine Waffe von Anfang an. Ob sie eine bekommt und dann das auch so vom Spielziel her gleich bleibt. Oder, ob das quasi ein anderer Spielziel als der Name ist. Hardwood. Wie hieß die nochmal mit Vornamen? Die Familiengruft der Hardwoods. Emilies Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für ein Yankee wie mich gehalten. Oh, Xantu. So, nach rechts und drehen. Ja, so ungefähr. Gesund. Ach, ihr habt's gehört. Ja, danke. Danke. Ich hab das Mikrofon auch weggedreht. Es ist geil, dass jetzt er mir sogar wieder ansagt, dass die Karte nutzlos ist. Na, eben gerade als wir noch im Keller standen. Tatsächlich nicht. Ich würde drauf was erkennen nehmen, im Großen und Ganzen auch nicht. Okay, ich glaube, wir können weitergehen. Ah, da sehe ich doch schon das nächste Rätsel, oder? Ah, so langsam wird's dunkler. Obwohl es jetzt auch daran liegen könnte, dass wir in einem... ...in diesem Paralleluniversum sonst irgendwo hin sind. Ah, ob das Ding da rein muss? Der Segen. Okay. Eine altmodische Platte verziert mit vergessenen Allegorien. Alles? Wer konnte denn damit rechnen? Ach, hab es. Oh. Orschlackhammer. Ja, den nehm ich doch gern. Ja, zurück. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Zurück in die Gruft mit dir. Tja, der Hammer ist schon fast durch. Jetzt können wir natürlich zurückgehen und die Pickaxe holen, aber... Ah, 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 ah. Ja, ob wir den Segen nochmal holen müssen? Ich glaube, er hat ihn sogar automatisch rausgenommen. Ich glaube, er hat ihn sogar automatisch rausgenommen. Was ist denn? Was ist denn? Schauen wir mal erstmal, ob wir hier vorne noch rauslösen können. Jeremy hat diese Kapelle in seinem Buch skizziert. Sie muss also wichtig für ihn sein. Aber offenbar brauche ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Ich tippe immer noch auf zwei weitere. Das ist wahrscheinlich zum schweren Spielmodus. Aber ich finde es tatsächlich ganz angenehm. Sehr. Das passt schon. Noch zwei Kugeln. Jetzt habe ich ein Problem. Näher mich nicht. Hehehehe. Je näher sie an dich rankommen, so eher schießt der irgendwie ein bisschen immer zu tief. Ich danke dir, Didi Dominion, für dein Prime Abonnement. Ich höre mich nicht an dich rankommen, so eher schießt das nicht. Ich kann jetzt mal noch ein bisschen mit dem Platz sein. Ich vielleicht habe ihn damit zu hoffen. Beidee ich natürlich zehnmal sind. Ich kann es sehr gut sein. Ich bin noch ein Garten mit Fett. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin es immer noch nicht. Ich bin noch nicht rein. Ich bin noch nie. Ich bin noch niech. Wenn ich bin noch nicht mehr, Wird ihr wohl auch vorne und hinten meucheln können? Ich glaube, hier kippt es ansonsten nichts. Es ist immer schön, sich durch sowas durchzuzwängen, wenn ich so recht zu weit Blut ist. Oder? So, jetzt haben wir zumindest noch mal sechs Kugeln für unsere Pistole. Ich will nämlich eigentlich die großen... Ey, da ist doch Muni oder nicht? Okay. Wenn wir nicht eigentlich die große Schrote noch aufheben, falls wir noch mal dieses komische Riesenwaldding sehen. Ah, was weit? Wirkt fast so, oder? Erstmal einheben. Okay. 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 Na ja, so ein bisschen schon, ne? Töte ein Feind mit Feuer. Ja. Wo ich ehrlich gesagt nicht so das Gefühl hatte, dass das Feuer der ausschlaggebende Faktor war, aber... ... ... Oh! Schroti und normale Muni. Ich glaube, die meinen es ernst hier unten mit uns. Ich glaube, die meinen es ernst hier unten mit uns. ... Nice. Das Omen. Hm. Keine Teppiche? Keine Teppiche. Aber auch sonst nichts. ... ... ... Hey, was ist mit dem Oli? ... 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 Dann die Schaufel. Du konntest ja den einen Molly nicht aufnehmen da vorne. Was ist denn mit dem hier? Was ist denn verkehrt damit? Na gut, nehmen wir zumindest die frische Schaufel mal mit. Soll jetzt mal eben schauen, ne? Da sind wir rein und wir sind irgendwie hier hinten wieder rausgekommen. Da sind sie selber gerade rausgebrochen, also gehen wir da rein. So, Schroti-Time. Oh ja. Das sieht definitiv nachher aus, als sollten wir das machen. Komm oin, Superman-Kai. Ha! Da kommen wir mit unseren Zwei-Scheibis weiter erst mal. Dann machen wir das mal. Hm. 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 So. Da sagt er ja irgendwie, nee dazu. Das heißt... Versuchen wir es mal andersrum. Oh. Weißt du, wenn ich jetzt ein Todbeschwörer wäre. Das wäre geil. Aber jetzt genau das Richtige. Was ist das? Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hier scheint es größer weiter zu gehen. Das heißt, ich versuche erst mal links weg zu gehen. Das ist wie Prag. Oder Paris. An Paris musste ich denken. Na bitte. Hat sich gelohnt. Zwei satte Kugeln. Wir gingen ja vorhin in der kleinen Arena schon mal her. Ah, falsche Richtung. Ah, falsche Richtung. Bam. Okay. Das, äh, ja. Das ging jetzt, äh, ziemlich schnell. Da war er. Da war er. Okay, also zu Rookie wohl eher nicht. Gut, wie das aussieht. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir wahrscheinlich gleich weiter gehen. Jetzt. Die Muni ist nicht mehr da? Dafür hier. Das hätte er ja mal gerade sagen können. Immer wird mal rumgeschubst, ne? Jetzt sind sie weg. Das ist ein Felser runtergefallen. Ich glaube, wir sind wieder sicher. Lau, Forrest. So frech, dass er mir beim ersten Mal das gar nicht gesagt hat. Oh, gut. Ja, aber was für ein Miesi war dann jetzt weg? Oder noch mehr? Oder noch mehr? Äh, äh. Äh, äh. Ah, was sehen meine Äugler denn da hinten? Das Opfer. Jetzt haben wir alle drei. Das heißt, wir müssen zurück, Kieckowski. Schauen wir, ob wir jetzt rauskommen. Ich glaube mal, die, die wir jetzt da noch hatten, bleiben auch alle bitte unten. Ich glaube ja nicht, dass es vorbei ist. Irgendwas sagt mir, es ist definitiv nicht vorbei. Aber was hier auch immer wieder ganz angenehm ist, auch wie jetzt zum Beispiel, die lassen uns dann immer wieder durchaus auch Abkürzungen laufen. Dass wir dann nicht den großen Weg außenrum zurückgehen müssen, zum Beispiel. Ah ja, guck dir mal. Ich kann den unten links nicht ausführen. Ich kann nur die rechten beiden nehmen. Ja, aber wir folgen die ganze Zeit immer von diesen komischen Außenlinien. So, genau, ne? Machen wir es so. Mal. Mal. Also was wir sehen ist auf jeden Fall Dass der Finger unten Auch diese Dinger außen hat Weiß, so im Großen und Ganzen Könnte man das auch so machen Schauen wir es mal So, ich kann auch zurückdrehen Was ist oben? Warte mal, ich glaube ich hatte den nicht richtig gesetzt Ne, also so definitiv schon mal nicht Also ich kann den unten wie gesagt Doch, ich kann ihn Okay, ich kann ihn auswählen Ich kann ihn aber nicht tauschen Warte, 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 warte Warte, warte, warte Das ist ein bisschen komisch gemacht Weil es eigentlich ja schräg unten ist Aber ich muss nur nach links und so tippen Und dann, dann, dann wird es auch wieder was Warte mal, den hatten wir da unten Aber der war ja noch nicht so Okay Und so Auch Mist Okay Schauen wir uns mal ein bisschen um Was sehe ich? Was könnte man noch anders machen? Also ich sehe hier auf jeden Fall Eine gewisse Ungenauigkeit Seht ihr das? Unten rechts Dass er aber darauf ankommt Beim Holzgedöns drumherum Ist man da irgendwas, was uns weiterhelfen kann? Was wir natürlich jetzt noch machen könnten Wäre alles nach außen zeigen zu lassen Aber wir haben hier halt nicht diese Ansätze Das Dreieck, das durchgeht Das hilft uns glaube ich nicht unbedingt weiter Vielleicht muss alles irgendwie halbwegs aufrecht stehen Das heißt Das hier muss nach oben Das hier muss man selber hin Das ist sicher, dass wir nicht mehr安全 haben Das hier ist der Liste Höchst 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 Bitte, nicht anfassen. Jeremy. Was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in The Shadow. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe... Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, nein, nein. Sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy. Ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Aber wenigstens wird das Böse, das in The Shadow erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Haruea? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen? Ihr Versprechen? Gibt es dort, was das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Hinter Ihnen! Brennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Okay. Ich habe nicht richtig erkannt, was es war gerade. Es sah aber auf jeden Fall witzig aus. Definitiv voll im Wort. Mein Ein und Alles. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die uns nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Tarot Air. In Liebe, Jeremy. Wir haben einen Kofferschlüssel. Hartwood. Jeremy Hartwood. Ah. Okay. Ich weiß, wo sie... Mit dem Koffer von ihm, den wir nicht öffnen konnten. Aber was mit dir? Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist. Jetzt sieht sie friedlich aus. Ja, aber sie ist tot. Das heißt, in unserer Art der Realität schaffen wir es trotzdem irgendwie, das Ganze zu holen. Bis jetzt war ja nicht so richtig klar, ob das möglich ist, oder? Also, aber jetzt definitiv. War ja, Jeremy ist irgendwie verschwunden. Ich schätze aber wahrscheinlich müssen wir in Jeremy's Raum, ne? So, mal eben gucken. Leerraum, Ruth Zimmer, McCarthy Zimmer, Sekretär, De Grey, Empfang. Empfangsraum, kleiner Loders Zimmer. Ich glaube, ich weiß, wo der war. Der war, glaube ich, am Ende wieder abgeschlossen. Wir werden es mal sehen. Aber crazy, dass es mir jetzt gerade nicht anzeigt. Aber ich glaube, ich weiß, wo es war. Das letzte Mal, als wir... Hm. Das letzte Mal, als wir Luisa noch gesehen hatten. Das Skulpturen hier vorne machen mich auf jeden Fall fällig. So, aber ich glaube, wir müssen nur rüber und dann die Treppe hoch. Aber so ganz genau. Warte mal, wir können ja mal eben den hier machen. Wir kriegen dazu ja mal eigentlich eine ziemlich coole über, ne, zusammen... Schließe Jeremy's Reisetruhe auf. Mehr ist da nicht. Ich gehe mal davon aus, siehst du in seinem Zimmer. Wir machen auch die... Uh, hä. Uh, hä. Ich glaube, das war's. Nein. Der war das Spiel draußen seit heute. Das ist neu. Ganz neu. Seit heute. Okay. Er sie ist nicht mehr da. Auch nett. Wenn ich unbedingt gewollt, aber ja. Mal. Das war's. Genau. Und hier ist sein Reisekoffer. Na bitte. Bitte. Die Barlow-Linse. Ja. Das hatten wir aber vorhin. Dann müssen wir nur wieder finden, wo die war. Da liegt sie immer noch. Das heißt, sie müssen auf die andere Seite. Sie ist tot. Und egal, wie sie gestorben ist. Jetzt sieht sie friedlich aus. Notiert er sich nochmal? Das hat er doch schon mal gesagt. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben ein ganz anderes Problem, wie das aussieht. Könnte da drüben weitergehen. Aber ich glaube, hier drüben. Oh, zackersau. Ich hoffe, du meinst die Lakritze, die du auch magst. No. Wenn man das mit den, mit den Kräuterflashlees. Nee, auch nicht. Das war doch hier auf der Ebene. Hatten wir den nicht vorhin schon aufgenommen? Ich bin voll. Du hast das Ding jetzt neu gespawnt. Ja, wir haben ihn mal kurioser. Hm. Das war aber nicht unten. Das war oben. Das müsste in dem Stoffwerk gewesen sein. Ich weiß nicht, da waren wir vorhin schon drin. Genau. Allerdings von dem Raum aus könnten wir es mal versuchen. Aber wir können ja auch mal den hier machen. Wir müssen ins Erdgeschoss. Doch, doch ins Erdgeschoss. Lackritz. Das ist alles. Das ist das. Ja, okay. Muss man davon ja auch gleich mal ein bisschen mehr holen, weil die musst du nämlich bestellen. Wenn ich viel davon hier rumzuliegen habe... Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. So, genau. Library. Na, bitte. Zoom-Fokus anpassen. Zoom-Fokus anpassen. Aus 2? Aus 2D? Woho. Also, die spielen mit meiner Angst, ne? Mit dem Schiebepuzzle. Die spielen damit aber die ganze Zeit. Und es geht los. Ja, man kann es zumindest noch irgendwie alles verändern. Das ist ja schon mal ganz nice. Was ist das Ding, das wir gerade gesehen haben? Teil bewegen, Teil platzieren. Das, in 3D? 모두 공복. Auch in 3D, in 4D? Wow, was passiert hier? Er stellt etwas ein, ganz von allein. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Und wir sind wieder zurück. Kann ich das nochmal sehen? Eine weitere Welt, die nach Decedo hinein sickerte. War dies ein Vorgeschmack auf das mysteriöse Taroea? Taroea? Speisezimmer, da müssen wir also hin. Kleine Bibliothek, leerer Raum, großer Esszimmer sehe ich hier. Vielleicht ist mit Esszimmer das Speisezimmer gemeint. Das ist ganz weit hergeholt. Zwischengeschoss, Galerie und irgendwas dergleichen. Ich denke mal, fast wir sollen ins Esszimmer gehen. Oder? Vielleicht. Ich erwarte jetzt ja quasi, dass jeden Augenblick die Tür, nächste Tür, die ich öffne, komplett irgendwie abdreht. Ich glaube sowieso, dass wir mittlerweile komplett in unserem eigenen Universum unterwegs sind. Alles andere macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir müssten die anderen doch schon mal längst irgendwie auch mal wieder sehen oder so. Oder? Also ja, das Haus ist, das ist ja alles riesig. Aber so riesig? Jetzt auch wieder nicht. Auf geht's. Aber was? Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel, aber die Hoffnung, die sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Tarueya. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Tarueya. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Conby, ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein, ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Tarueya. Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremies Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremie und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremie damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann. Fantastisch. Witzig, dass wir jetzt auf den getroffen sind. So einfach so. Der Kritz ist halt auch geil. Eine Idee, wie wir den Schattenmann loswerden können? Ich schätze, Verdrängung könnte funktionieren. Versuchen Sie ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß, Sie sagten, dass Jeremie niemals hier war. Aber gibt es diesen Ort in der Wirklichkeit? Ich glaube, er soll in Mexiko sein. Aber ich bin mir nicht sicher, was die Ursprünge von Tarueya angeht. Tja, war schön, Sie kennenzulernen, Juan. Ich gehe dann rein. Mögen die Götter mit Ihnen sein. Eduard de Vilban. Wir sind also in Mexiko gelandet. Irgendwie. Frag mich nicht, warum. Frag mich nicht, wie. Aber wir sind in Mexiko. Haben wir eine Map? Nein. Hier sind los. Okay, und der Schattenmann ist hier auch, hat er gesagt, hat er gesagt. Ja, ne? Warum nicht? Ich hier schon mal runterspringen kann. Scheint aber alles ein bisschen kaputt zu sein. Kann ich hier noch weiter runterspringen, ne? Bin ja mal gespannt, auf was ich jetzt hier treffe. Im Prinzip wird er auch mischt und dann nur den Schattenmann oder so? Gibt es sozusagen den ersten Bossfight? Schön. Ist das hier die Bibliothek? Ich sehe einiges an Büchern. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Hey, Zockersau. Da hast du ja gerade mal mehr als 100 unterschlagen. Schätze mal, wir werden das Ding nutzen müssen, um nach oben zu kommen. Da fehlt halt was. Ein Krolls. Jo. Irgendwann sagt mir die, ähm... Ja, die erwachen doch irgendwann früher oder später zum Leben und werden gegen mich kämpfen. Oder? Ich fürchte, ja. Cool. Also auch so der generelle Stil und allem, ist schon nicht verkehrt, ne? Die große Bibliothek. Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügen, das verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Schlüssel, ne? Wegsperren, Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Alles klar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Die Frage ist nur, wer hier ist, der Bibliothekar meinte. Das Design ist auch so cool, ne? Soll es Wurzeln, klingt schon mal gut. Willkommen zurück, Meteor-Drag. Auf YouTube können sich alles noch im Nachhinein anschauen. Ganz genau. Ich stehe ja kurz davor, den einfach mal eiskalt so ein Ding hier mitzugeben. Auf erstmal kurzen. Na ja, wir werden weiter nach oben gehen müssen. Ich denke mal, Meteor-Drag wird nicht der einzige sein, der hierbei ordentlich zurück spult. Bis jetzt lohnt es sich auch. Der da hinten hat doch, oh, warte, den Händen. Wenn das mal kein Kreuz ist, das wir vielleicht brauchen. Oh, gib mir das mal her. Brauchst du doch nicht mehr. Hubertus-Schlüssel. Schlüsselgegenstand. Nee! Nachdem der hängende Raum gebaut worden war, wurde sein Schlüssel an den Bibliothekar des Konvents Hubertus gegeben, um Jeremys dunkelste Geheimnisse vor neugierigen Augen zu schützen. Scheiße! Du musst doch mit den schlimmsten Ängsten manifestieren, Jeremy. Das ging schnell. Er meinte ja, wir sollen ihm keine Beachtung schenken. Hm, vielleicht hätte ich gar nicht auf ihn zielen dürfen. Das hätte sein können. Ich habe noch versucht, nach links wegzuschauen. Gut. Ach Scheiße. Darum musst du auf deine schlimmsten Ängste manifestieren, Jeremy. Okay, ignorieren, also einfach nicht drauf schießen, scheint so nicht zu sein. Schaut mal, hier geht es auch noch rein. Nice, guck mal, wir haben was Neues bekommen. Stierkult findet sich in der Geschichte immer wieder. Für Christen ist dies in Exodus nachzulesen, als die Israeliten sich während Moses Abwesenheit der Anbetung eines goldenen Kalbs zuwenden. Dieser Abschnitt zeigt, wie die Menschen in die Anbetung zurückfallen, die sie in Ägypten kennengelernt hatten und die den Bullen von Hapis galt. Ein weiteres berühmtes Beispiel sind die Minoer auf Kreta. Ihr Stierkult brachte den Mythos des Minotaurus hervor, das halbmenschliche, halbtierische Monster, das im Labyrinth herrschte. Aber in diesem besonderen Fall sollte ich wohl von der Gottheit Astart berichten, die das Sternbild Taurus zum Leben erweckte, um Gilgamesch anzugreifen. Selbst für einen mythischen Helden sollte sich dieser Stier der Sterne als ein Zergegner erweisen. Nur indem er den Bullen mit einem goldenen Segel ablenkte, war es Gilgamesch möglich, ein Auge mit seinem Sperr zu durchbohren, worauf der Stier verblutete. Tja, die Frage ist nur, was mache ich? Ich weiß nicht mehr, ob ich großartig wegrennen kann oder so. Das hier fehlt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht bescheuern. Ach Scheiße, warum musst du auf den schlimmsten Ängsten manifestieren, Jeremy? Gibt's auch noch Glatz das Blut? Gibt's auch noch Glatz das Blut? Wir müssen eins runter und zu dem Ausgangsort zu kommen. Komm, wir suchen jetzt. Das ist das Wort für eine Fröchheit. Ich kann nicht mehr aufhören mit dem Zeug. Ich kann nicht mehr aufhören mit dem Zeug. Ich kann nicht mehr aufhören mit dem Zeug. Bist du falsch mit dir? Zitzel ist ein besser Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kommt hundertprozentig wieder. Ob der uns einfach so allein lässt. Niemals. Speichern. Heilung. Jo, 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 jo. Das war wohl der Schadenmann, ja, würde ich auch sagen, ne? Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Oh, ja. Detektiv. Ich hoffe, Sie haben gefunden, was ich suche. Ich fürchte, es gibt keinen Weg zu kommen. Ich war so nah dran. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, Kambi, denk nach. Los! Das Wetter war jetzt schön in Berlin, ja? Das richtig. Warm und sonnig. Ich wäre in aller Munde, wenn die Presse das erfährt. Hey. Ruth, oder? Jetzt tun Sie doch nicht so. Ich bin sicher, Sie haben schon eine ganze Akte über mich, Detective. Ich schätze, wir wurden einander nicht vorgestellt. Ich bin Ruth Tolland. Miss Ruth Tolland. Um genau zu sein. Edward, Kambi. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Nett. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detective. Ich hörte, Sie versuchten, Jeremies Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Nein. Aber ich frage mich, wenn er es versprochen hat, kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Ich will Jeremie nur aus einem Schlamassel retten. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht? Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich habe es in einem Traum gesehen. Was? Was? Die Prex Sipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch. Die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detective? Bonne Chance. Hey. Haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detective? Nein, ich habe Ihre Kleinen nicht gesehen. Moin, Fimbo. Streichholzbriechen. Die Prex Importgesellschaft. Laut diesem Buch aus Tarot Aya gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Also, ich meine schon am Anfang, den zweiten Mann werden wir machen, wenn das Spiel cool ist. Und bis jetzt ist es cool. Also, ich denke mal, da wird nichts dagegen. Sprechen wir uns auch den zweiten Mann um. Mal gucken. Ah! Das hat eher nicht so funktioniert. Das hat doch funktioniert. Das hat nicht so funktioniert. Wollt ich das nicht irgendwie im Vorfeld anzünden oder so? Das wäre irgendwie ganz cool. Wenn ich Maustassen so durchdrücke, auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Zigarettenmatrix dran. Ich habe nie wirklich geraucht in meinem Leben. Das soll auch so bleiben. Whisky hätte ich da. Na komm, was soll das denn? Der Arm scheint so ein bisschen das Crit-Gedöns zu sein. Ja, irgendwas davon mit Sicherheit. Irgendwas davon war es. Aber heute war eigentlich schon ganz gut. Ganz gut. So, mal schauen, was wir hier noch so kriegen. Ein Molly zumindest. Ich habe keine Kugeln mehr. Aber ich habe noch Schott-Munition. Schott, naja, ich glaube, es ist nicht die beste Waffe, aber meinetwas. Maschinengewehr-Patrone. Wow. Geil. Müssen wir noch gucken, wann wir es halt unterbringen. War das heute für den Tag? Heute ist... War das Mietvoll? Mietvoll ist heute, ne? Das ist ja nicht rauchen, einfach das Zielvorgel. Ah, also. Sag mal, so ein, zwei, dreimal mehr gibt es durchaus irgendwie so Punkte. Und ich erzähle euch jetzt nicht zu viel über mein Sexualerleben. An dem ich durchaus drüber nachdenke. Ach, wenn man mir jetzt so eine anbieten würde, würde ich, glaube ich, so eine rauchen. Nur so aus... Nur einfach so. War mit der anderen Waffe, war das auch nur ein Tau gedöhnt? So. Es muss einen anderen Weg da reingeben. Maschinenpistole. Das ist ein Dönerladen, kann ich dir Berlin empfehlen. Boah. Das ist riesig, ne? Das hängt ganz davon ab, wo du bist. Also ich würde sagen, ich habe noch nie einen Dönerladen gefunden, der so gut war, dass es sich lohnen würde. Deswegen einmal straight durch Berlin zu fahren, um nur dort einen Döner zu essen. Aber hier gibt es einfach zu viele. Und zu viele, die auch durchaus ganz okay sind. Bis gut sind. Garte, Garte bringt hier nichts. In diesen Zwischenwelten. Hilaria, da gebe ich dir nichts. Aber moin. Jetzt habe ich endlich raus, woher ich den Typ kenne. Der ist der Psychokiller. Ruhe und Frieden. Nenntle Nies. Liam Nies. Was? Alles, alles. Moin. Auch Puri, wer? Hast du ein feines Spielchen bis jetzt verpasst, früher? Wirklich feines Spielchen. Die im Raum hingen. Oh, okay. Dann nochmal zurück in Korski. Ah, die The Roos haben sich schon echt ganz gut gemacht. Muss zurück. Yo, mach es. Never know how I shine back. Ah, oh. Ich glaube es ja nicht. Dort ist ja ganz das, dass ich... In der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Prax-Import-Gesellschaft führt. Ich wette, darüber komme ich rein. Let me put... I have some property. Ich glaube... Die Leiter hoch und von da aus dann vielleicht so irgendwie... Also, die geben uns auf jeden Fall genug vom einen oder vom anderen. Oh. Ich brauche den Schlüssel. Später. Ich will auch Hundis. Zumindest eine. Lieber nicht. Ich habe schon mal versucht aufzuladen. Das habe ich leider nicht geschafft. Ehrlich gesagt. Wenn du halt nie richtig, richtig Raucher bist, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Also, wie gesagt. Mein Onkel zum Beispiel. Der hat eigentlich sein ganzes Leben geraucht. Wenn ich mit dem unterwegs war, dann habe ich mir manchmal auch eine gegeben lassen. Oh. Schreibmaschinenband. Nett. Nein, ich bin schon weit. In der Uni-Zeit. Da gab es immer ein paar. In der Club-Zeit. Wenn du eh schon schwer ein Sitzen hattest, dann war manchmal so eine Kippe auch was Geiles. Vielleicht habe ich die Hoffnung, dass ich Freitag-Feil, aber da kannst du nachschauen. Feinspieße. Wirklich Feinspieße. Uah. Hallo. Den brauchen wir. Amorlock 3000. Ist mir mal nach Cottbus-O-Tor gefahren. Boah. Da machst du nichts falsch. Nach Cottbus-O-Tor habe ich schon ganz häufig, habe ich eher häufiger mal Köfte gegessen. Das war doch ganz. Haltenhund nämlich auch. Aber nicht, wenn du 30 Kilogramm seit sechs Wochen beitragen musst. Beitragen musst. Uh. Unsere war nicht 30 Kilogramm schwer, sondern ich glaube so 17 Kilo. 17 Kilo müsste es gewesen sein. Aber ja, so die letzten Jahre, die sie hatte, musste es doch fast immer auch beitragen. Da konnte gar nichts mehr, auch keine Treppen, da ging gar nichts mehr. Da musste sie sehr häufig beitragen. Also ich, ich weiß es, ich verstehe es in klein sozusagen. Ich denke, sei die, sei, sei die Daumen gedrückt. Und da das keine Alterssache ist, sondern vielleicht noch was vorübergehend ist. Moin Moin, Pepperoni-Hase. In Erinnerung war, damals liebens Spiele gewesen mit dem Tomb Raider, oder? Diese Wische sind gute Zahnreinigung. Hammer High. Zack. Brain Rotation. Das ist fast. Das ist fast. Das klang erst so, als wären sie hinter uns. Ich glaube, ich mach mich mal eher ein bisschen... Ich glaube, ich bleib hier oben aber nicht einzuweilen. Können wir die Tür hinter uns schließen oder so, das wär geil? Ne, sagst du? Na gut. Zahnprophylaxe. So habe ich mir das vorgestellt, ganz genau. Wird sein, hier lassen wir da erstmal, solange wir nicht gegen ihn kämpfen müssen. Neue Gegnertypen. Schnell und wendig klingt eigentlich immer ein bisschen nach MP, da wir auch MP-Monia gesammelt haben. Na komm, jetzt gibt's doch doch schon. Hä? So eine kleine Louis-Gun oder so? Jetzt leiden wir gerade? Das sah gerade ein bisschen so aus, oder? Und erstmal kurz. Ich finde Zahnprophylaxe gar nicht so verkehrt. Das ist ein sehr guter Schmunz da. Den werde ich definitiv auch weiter erzählen. Da muss ich mal ganz fest davon ausgehen. Guck mal, da ist er noch. So, wir sind drin. So weit, so gut. Ich bin im Lagerhaus. Das Büro ist sicher oben. Ich bin im Lagerhaus. Der ist wichtig. Könnte entscheidend sein für die Zukunft des Kanals. Cool. Enterhaken. Schürhaken. Ja, also alles was das gleiche. Mein Rönig. Bis jetzt? Nice. Ist nice. Das ist aber die mit dem extra kleinen Magazin. Die Tommy Gun. Und wir können nicht richtig anlegen. Wir können nur so aus der Hüfte schießen. Ist ja doof. Ohne Trommelmagazin. Auch doof. Ja. Ich würde sagen, da fehlt noch was. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Pein, Leere und Hass. Ein Leere und Hass werden mit Sicherheit für irgendwas stehen. Ob ich noch irgendwas habe? What is left, later is right. Tell us back again. Was ist der Code? Na ja, links, rechts und so weiter. Das kriege ich aber. Aber wir brauchen ja noch Zahlen, ne? Links, die Pein. Rechts, also links rumdrehen. Irgendwas, was für Pein steht. Rechts rumdrehen, was für Leere steht. Und dann nochmal links. Dann willst du zurück. Und dann zu Hass. Aber das hier ist ja ein Code. Das steht ja für irgendeine Zahl. Links, links, rechts, links auf jeden Fall. Sicher ohne Trouble-Mac. Die hatten früher häufig die Klemme, dass die Armys nur Stangen-Macs bestellt haben. Okay. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Tschüssi, Tommy. Ah, okay. Bist du wahrscheinlich ein ähnlicher Sonderling, so ich bin von der Beisen. Wir müssen rauskriegen, für was das steht. Okay. Kann ich noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Das heißt, irgendwas werden wir noch brauchen. Ich gehe mal wieder rück-zurück. Warte mal. Wir werden wahrscheinlich irgendwie so eine Art Ankerplatz-Übersicht sehen, wo dann die Schiffe stehen. Und je nachdem, an welchem, ne, an welchem Dock, dann 1, 2, 3, irgendwas. Und dann Hasset. Würde ich mal so drauf tippen. Das heißt, das zieht ihr was dazu? Jetzt sollen die Papiere gut verwahrt werden. Seht aktuell noch nicht so da so raus. Machen wir noch T-Move. Das ist nur der erste Teil des Rätsels. Ich war gerade fast danach aus, als konnt ich die aufwürfen. Eisen. Naja, wir sind hier. Hier fahren wir nämlich auch. Sind das überhaupt Türen? Ich glaube nicht, dass ich nochmal runter muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe hier überhaupt was übersehen. Hä? Trompete. Ich würde sagen, ich habe hier oben was übersehen. Ist das dein erstes Alone in the Dark? Ja, es ist mein erstes Alone in the Dark. So genau das nie gespielt? Nee, ich auch nicht. Ich habe in dem Bereich eigentlich noch gar nichts gespielt. Und das hier. Das ist bis jetzt ganz geil. Alone in the Dark 5, Inferno PS3-Version war dein liebster Reihe. Was? Es gibt doch so viele davon? Ja, vieles. Diese subtileren Horrorspielchen haben bis jetzt nicht so hundertprozentig gecatchelt. Und das ist bis jetzt eigentlich eins der wenigen. Ich dachte, sie was übersehen haben. Zahl der Buchstaben in Wörtern? Nein, Big Bang Theory. Dann wären wir bei 4 zu 5 zu 4. 4 von 4. Links, rechts, links. 4 von 4. 5 von 4. 9 von 5. 9 8 9 9 Prex-Importgesellschaft hat geliefert. Vier Überseekoffer, einen ägyptischen Sarkophag, eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers, bekannt als der schwarze Pharao, der in der Galatine Street auftritt. Detailliert, Timo sieht auch sehr, sehr gut. Der schwarze Pharao, Galatine Street 13. Los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy, dem Schattenmann, das erste Mal begegnet ist. Hör da mal hin, da. Also ich finde wirklich, ich bleib dabei, ich finde die Rätsel, so diese haben, diese Mini-Rätseln zum Weiterkommen, finde ich durchgängig eigentlich wirklich gut. Die sind immer nicht wirklich leicht, sind aber im Prinzip machbar. Manchmal musst du echt ein bisschen knobeln, also ich schätze mal, hier hätte ich jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dran gesessen. Aber sie sind lösbar. Meine Waffe ist kaputt. Meine Waffe ist kaputt. So, das war dann auch meine gesamte Munition. Ja, das ist super stimmensvoll. Und auch die Level, wie sie sich so unterschiedlich spielen und so, das ist schon alles sehr nice. Sieht so aus, als habe der Nebel sich gelichtet. So ein klitzelkein, ein kleines bisschen. Die falsche Übersetzung konnte man drauf kommen. Oh! Oh! Obviamente! Doch gefährlicher als der Schweinbeermann, der Schatten. Wer weiß, wer weiß. Geht's irgendwie verdächtig weit nach oben? Da ist Jeremy. Sagen Sie mir, was das alles soll? Willkommen, Detective. Zur größten Show diesseits des Mississippis. Nialatotep, der schwarze Pfarrer. Der uralte Magier, der tausend Leben lebte und tausend Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um. Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen Ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde Sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht. Ich muss dieses Opfer bringen. Gott verdammt, Jeremy. Ich werde Sie retten. Keine Sorge. Im englischen Brief standen andere Begriffe, aber dieselbe Anzahl Buchstaben. Ja, na ja. Wie rettet man jemand, der nicht gerettet werden will? Naja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. Wir müssen eben nur mit dem Ding hier ordentlich eins überzwiebeln. Wenn er bewusstlos ist, nehmen wir ihn wieder zurück. Na, das kennen wir doch. Zwilling 1, Zwilling 2 und M-Gedöns. Am Blick start, dachte ich, das steht einer hinter mir, ne? Mal wieder nachschauen. Zwilling 1 ist die 2. Zwilling 2 war das hier. Und das war das M-Gedöns, ne? Also haben wir 2, 5, 2, 2, 2, 5 und 8. Das ist diesmal richtig, ja. Dann mal los. Einer der Stühle. Oh. Oh. Ja, wie witzig ist das denn bitte. So Taschen haben versagt so ein kleines bisschen, aber ja. So günstig kommst du sonst nicht nach Ägypten. Ah, Mann. Cool. Das ist genau das Richtige. Wenn wir in so einem Land schon unterwegs sind, was eh schon so mystisch ist. Dann wird da auch noch eine Sonnenfinsternis dazu. Das ist die Frage, wann wir jetzt hier in Ägypten sind. Ich meine, ich sehe da Sandsäcke. Ich sehe da so eine Gaslampe. Also zeitlich scheint es immer noch ungefähr das gleiche zu sein. Ich glaube fast, ich muss hier rein. Schlange? 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 Wirklich? Indie? Ja, wir brauchen irgendwie so ein Seil oder so. Was ist denn mit meiner Taschenlimpe los? Gibt die den Geist auf oder was ist das? 15 Kugeln für die Maschinenpistole? Und noch, ähm, naja. Eine hinterher. Das hat es ja nicht so gebracht. Das Seil. Das brauchen wir. Und? Der Tempel soll lichtlos sein, erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen. Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das man Nialatotep nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens Leuchtender Trapezoede ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt, eine Botschaft an die Götter. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden, aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus. Dunkle Wunder im Austausch für Seelen. Der Wunder im Austausch für Seelen. Klingt so ein bisschen, als müssen wir gleich so ein paar Lichtspiele machen oder sowas. Acht, Italian Striker. Das waren schon mal zwei Schuss. Ich denke mal, jetzt müssen wir wieder Zeilen anbringen, oder? Ja. Na dann mal runter in den Spaß. Und auf Joke her. Abend. Wende die alten Mechanismen des Tempels um den Vertrag. Lichtbrechung und Zustand oben schon dabei. Ich habe ein Gefühl, dass der Vertrag hier irgendwo versteckt. Es ist die Sternkonstellation aus einem von Jeremys Büchern. Der Stier. Dieser eine Stern ist eindeutig größer. Muss wichtig sein. Kanope. Kanopien sind die Besten. Ich würde sagen, da passt noch was nicht. Ich würde sagen, da passt noch was nicht. Witzig ist es bitte, dass wir jetzt hier in Ägypten ruhen, weil wir durch die Gegend strobern. Irgendwann werden jetzt mehr von diesen komischen Lichtquellen oder sowas aufgelöst. Da fehlt etwas. Irgendwas sagt mir, ich bekomme es hier. Nein. Eine überraschend präzise, gefertigte Linse mit einer bedeutungsvollen Hieroglyphe. Also vielleicht doch. Bist du wieder mitnehmen? Nein. Schade. Ey, ich brauche davor noch eh noch ein paar. Ja, Jones-Style. Ja, ja, so ein bisschen. Zwischendurch hat es auch immer so ein bisschen Indie-Style. Definitiv. Ich glaube, ich bekomme auch gleich Gesellschaft. Latta-Viecher sind wieder unterwegs. Latta-Viecher sind wieder unterwegs. Ja, ja, so, ne? Heidring. Ja, 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 fast. Also fast. Und auch hier drüben, Joke. Oh, konnten wir nicht versuchen, die eine Linse wieder mitzunehmen? Oh, hier war einer. Ich habe irgendwie eine Tür geöffnet. Also da unten habe ich sehr viel tiefer Post geöffnet. Ich bin nicht hier gerade schon mal? Ja, ja, war ich. Das Ding da unten haben wir auf jeden Fall geöffnet. Das ist die Frage jetzt. So kann ich das wieder nicht mitnehmen. Ich glaube, wir sollten eben mal nach unten gehen. Und dann mal gucken. Dass wir da irgendwo so ein Ding nochmal irgendwie so eine Linse mitnehmen können. Aber wenn man das mal nicht kaputt machen kann. Jetzt brauche ich nur irgendwas um das Ganze kaputt zu machen. Neue Maschinenwehr. Yeah. An der Decksel. Okay. Und die Kiste. Okay, damit haben wir hier auch erreicht, was wir sollten. Verstehe. Ich denke mal, wahrscheinlich müssten hier am Ende alle irgendwie darauf gerichtet sein. Oder sowas. Die Tür hatten wir auch noch geöffnet. Das heißt, die nehme ich mal in die Fläche. Oh, das ist das. Oh, was? Haben wir? Ein Stückchen Ich denke mal, ich denke mal. Irgendwie so wird es wahrscheinlich laufen. Das soll das am Ende irgendwie alles darauf auf einen Punkt bringen oder so. Das gibt es aber viele von den Dingern. Ich wende auch, das ist schon richtig geil von denen. Dass die alten Pharaonen schon mit der Tommikang geballert haben, das ist klar. Das weiß quasi jeder. Das weiß ich nicht. Haben wir. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir noch eine. Ich würde mal drauf tippen. Eine ist ja schon drin. Das heißt, wahrscheinlich sogar schon reicht. Oder die große vielleicht nur auf die Mitte. Das könnte durchaus auch noch sein. War denn hier die Abkürzung? Bist du die Abkürzung? Wolle ich da her? Guck mal, das sieht doch gut aus. So, jetzt schauen wir mal, ob ich die hier noch setzen kann. Ich habe ja jetzt noch irgendwas geöffnet. Ich glaube, es ist ein bisschen durcheinander aktuell. Sounddesign ist gut. Ja, alles, was so quasi hier Stimmung und Immersion und was auch immer erzeugt, ist definitiv da. Genau die richtige Waffe dafür. Ich glaube, die auf der linken Seite müssen wir noch anders stellen. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Jetzt bündeln wir die vielleicht oben nochmal den Strahl und setzen den unten auf den Stern oder so. Nein. Ich kann doch nichts mehr machen. Habe ich noch so ein Ding? Nö. Habe ich da eine Tür geöffnet? Ich schätze mal, wir werden den Strahl jetzt am Ende des Tages halt noch irgendwie runterleiten müssen. Der Kopf senkt sich, ne? Und schießt dann da drauf oder so. Interessant. Okay, so schon mal nicht. Also hierhinter ist definitiv eine Tür geöffnet. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir irgendwas finden, um da nach oben zu kommen. Das könnte durchaus interessant werden. Das ist schon benutzt. Na ja, die haben wir schon benutzt. Irgendwie nach oben. Das kann man auch zerschießen. Ich weiß nicht. Wir haben noch mal einen neuen Combat Mizarra. Ich kann nicht da einen Stein gegenschmeißen oder sowas. Muss er denn immer so langsam unterwegs sein? Oh, 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 das sieht doch gut aus. Na bitte. Na dann. Das wäre verglichen mit Resi anders. Es hat ein paar Sachen, die erinnern an Resi, aber es ist... Ich habe keine Kugeln mehr. Noch halt so. Ja, ja, es macht doch so, ne? Es macht doch so. Letzte Kugel. Was ist hier los? Lauf, hopper, ja. Damit können wir ihn dann vielleicht killen, oder wieso? Erkennt psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten. Die Bedingungen des Schattenmanns. Der Vertrag. Ich, ich, hier, lass mich. Ich, hier, lass mich. Ich, hier, lass mich. Ah, 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 ah! Was tun Sie da? Ich hab was gefunden. Toll! War es Alkohol? Gott, nein, mir hat's nur kurz den Atem verschlagen. Ich glaub, ich weiß, wie man den Pakt des Schattenmanns bricht. Was genau soll das bedeuten? Dass alles wieder normal wird. Äh, na schön. Ich habe mehr Informationen über der Sado und die Patienten. Hier gehen einige wirklich seltsame Dinge vor. Ich glaube, zwei der Patienten sind tot. Vielleicht auch der Buchhalter. Oh ja, ich hab bloß aufgehört, mir Sorgen zu machen. Tja, halten Sie einfach die Augen offen, schätze ich. Was haben Sie nochmal gemacht? Jeremy hat ein Pakt mit dem Schattenmann geschlossen, damit der Wahnsinn nicht raus kann. Na schön. Ich werde ihn brechen. Ich hab nur... Wo ist der... wo ist der Talisman? Hängt um Ihren Hals. Ich mache mir Sorgen, Detective. Quatsch, mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen, dass Sie keine große Hilfe sind. Aber wenigstens sind sie eine Ablenkung. Vertrauen Sie mir. Ihr Geld ist gut angelegt. So wie es läuft, bin ich ein absolutes Schnäppchen. Die Punkte, an denen die aufeinandertreffen, sind relativ rar gesät. Also es könnte schon durchaus sein, dass der zweite Run mit Emily dann schon sehr... ...sehr unterschiedlich ist. ...der Vertrag des Schattenmanns. Er muss das psychologische Trauma erst anerkennen, bevor wir weitermachen können. Die Lügen müssen aufhören, damit wir die Mauern der Selbsttäuschung durchbrechen können. Schließlich muss das manische Verhalten gezügelt werden. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hartwurt-Fluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Aber diese Tat würde den Untergang von Dessetto bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach. Über kriechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben. Opfert euch Forderungen, das können wir uns merken. Ach, hier oben bin ich. Kambi hätte nicht gedacht, sich jemals so sehr darüber zu freuen, wieder in Dessetto zu sein. Es fühlte sich an, als wäre er durch einen langen, dunklen Tunnel an Leid und Reue gekrochen. Jetzt, da er wieder zurück war, konnte Kambi sich den im Vertrag erwähnten Schritten widmen. Aber eine Sache nagte noch an ihm. Was genau hatte das alles mit Dr. Gray zu tun? Das ist der Opferdorch. Ein Dorch, der von zwei Schlangen umschlungen wird, wurde im versunkenen Tempel zusammen mit dem Vertrag des Schattenmanns gefunden. Oh. Hm? So, dann wollen wir mal. Wir müssen zurück gehen. Oh. Kambi. Warte, noch mal seins. Dr. Gray. Dr. Grays Wohnung. Das ist auf jeden Fall im ersten Stock. Das sehen wir schon mal. Hier sind wir, glaube ich, vorhin durch. Da saß sie hier. Genau, da müssen wir hier durch. Irgendwie so. Alles klar. Wollten wir hinkriegen. Das ist das erste Spiel, bei dem du in den Brief liest. Wahrscheinlich, weil es dir vorgelesen würde. Oder du. Genau, was diesem Abend noch gefehlt hat. Bei wenig Hintergrundstimmung. Ja, na klar, na klar, na klar. Oh, erst mal Drew Free. Keine Ahnung, aber ich hätte es nicht unbedingt vor, was er gesagt hat. Jetzt sind wir erst mal hier. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detective gesehen? Wer ist der? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, wie wir. Wird er ihr Erscheinen gut heißen? Gepriesen sei die Mutter. Er muss davon nichts erfahren. Schwiegen Jeremy hier. Verruhig dich. Ist noch nicht so weit. Gott, es tut weh. So wie ich das sehe, scheint der Detective Probleme zu lösen. Nicht zu machen. Sei einfach wachsam, falls er doch etwas anstellt. Moin, Plopper. Das ist keine Demo. Nee, nee, nein, nicht, nein, nein. Wir sind auch schon jetzt bald seit sechs Stunden dabei. Das wäre eine sehr lange Demo. Okay, also die scheinen irgendwo noch ihr eigenes Süppchen auch zu kochen, so wie das aussieht. So, wir müssen wieder hoch. Wir müssen irgendwie in den ersten Stock. Oh. Dieser komische Pilz breitet sich immer weiter hier aus. Ich denke mal, der Schattenmann ist wahrscheinlich sein... Der Schattenmann ist wahrscheinlich so seine Quest. Während er wahrscheinlich diese, ne, diese Voodoo-Geschichten inklusive Pilzgedöns und allem. Ich will den Pflegern jetzt nicht begegnen. Ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen kann. Bitte nicht stören. Egal. Wir brauchen den Schlüssel. Ich frage es nur, wo komme ich denn her? Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer noch nicht gefunden. Karnby nahm an, dass das gute Nachrichten waren. Emily hatte ihn an ein paar seltsame Tode in Decedo erinnert und Karnby war sich nicht sicher, wem er trauen konnte. Tja, wir müssen da einbrechen. Was ist das hier? Vielleicht kommen wir irgendwie eins tiefer oder sowas und von dann irgendwie ein, zwei da hoch oder irgendwie so ein Spaß? Weißt du mal, hier wieder das Spiel. Ich bin irgendwie bei dir auf der Tudel-Liste, das macht doch Spaß. Gute Nacht, Miss Sarah. Das ist ziemlich cool. Ziele finden einen anderen Weg in die Treppenhalle. Das ist auch blockiert, das wissen wir. Ich glaube, ich weiß was. Auch nicht, okay. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so von der Richtung aus. Tja, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge blockiert. Wir müssen Hoffnung darauf haben, dass Jeremys Pakt mit dem dunklen Mann nur ein Bluff ist. Wenn wir Glück haben, werden unsere Besucher ihn vor Sonnenuntergang finden und beweisen, dass das alles Unfug ist. Was wahrhaftig ist, ist unser Versuch, sie anzurufen. Es ist einfach zu viel geschehen. Dieser Abend darf nicht vergeblich gewesen sein. Denkt an Jack und Cassandra. Sogar Perosi, deren Hintergrund ich einfach nicht durchschaue. Grace ist unsere Ziege ohne Hörner. Sie weiß das und sie wird mitspielen. Du musst mit deinem Bruder reden, Batiste. Ich mache mir Sorgen, dass er uns enttäuschen wird, Miss Thompson. Die Library können wir wenigstens noch. Sehr viel mehr ist jetzt auch nicht. Das ist jetzt die letzte, die uns überhaupt weiterbringt. Ich kann mir forschen durch einen Kamin oder irgendwie so ein Spaß. Wahnsinn und die Astarte Künstlerkolonie. Eine Monografie von Jael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Arges und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand sechs Jahre lang. Bis eines Tages alle zwölf Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurricane zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt es dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Madi-Grab-Paraden. Als die Piraten von Poncha-Train. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astart das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von Desettos Geschichte besonders interessant. Selbst der Name Desetto ist der einer syrischen Fruchtbarkeitsgöttin. Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Ilaia Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er zwei Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänge auf fast hundert Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde Desetto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von Desetto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub-Nigorat. Obwohl Desetto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astat ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub-Nigorat jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Lusiena diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie Unaussprechlichen Kulten und dem Necronomikon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es Verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub-Nigorat war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf Desettos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in Desetto als Mangel ernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen. Als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören, obwohl das Verschwinden der Astat-Künstler-Kolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den Tausend Namen verflochten ist. Die Texte sind sehr gut, wenn man aufs Klo gehen möchte. Wirklich sehr gut. Handy raus, aufs Klo nebenbei laufen lassen und so. Da kriegt er ordentlich was auf die Ohren, bevor ich wieder zurück bin. Die Texte sind sehr gut. So So dann, so dann, so dann Würde ich sagen Machen wir mal Päuschen Freude Wir werden dann morgen weiterspielen Wir werden ja so wie es aussieht, das Spiel ist sehr cool Wenn wir auch beide Runs machen Ich hatte so übersichtsgemäß gesehen Es gibt so um die 5 Kapitel Wir sind jetzt im Immer noch im dritten Und wie gesagt, dann gibt es noch den zweiten Run Komplett mit ihr Das schaue ich nicht Gut, gerne Also sagen wir so bis 0 Uhr wäre vielleicht noch drin Aber ich glaube, ich werde auch bis 0 Uhr nicht fällen Ich will auch nicht Rennen oder irgendwas ergleichen Also da nicht durchrennen oder irgendwas Deswegen würde ich sagen, wir machen morgen dann einfach relativ entspannt weiter Für morgen war es ja eh noch offen Weil ich wusste eh nicht so ganz, wie es dann aussieht bis morgen Deswegen steht morgen ja auch noch offen mit dabei Und dann würde ich sagen, machen wir einfach morgen Ich schätze mal Boah, dann irgendwas Richtung Wochenende oder so Wäre dann irgendwann so der Zeitpunkt kommen Vielleicht dann so am Sonntag dann doch mit einem langen Stream So, dass wir das dann irgendwie am Sonntag dann auch noch mit ihr weiterführen Aber ja Das dauert länger Das dauert deutlich, deutlich länger als erwartet Ich glaube nicht, dass wir um 0 Uhr fertig sein werden So alles in allem Schätze ich mal Schätze ich mal Wird das eher wahrscheinlich in Richtung 1, 2 Uhr Und um circa 7 Uhr werde ich geweckt Ob ich will oder nicht von meinem Nachwuchs Deswegen Ist halt eher schwierig Soibus Also Dann dürfte das relativ Äh, müsste das recht noch gut laufen Das morgen einschließlich Wir sehen uns dann wieder Äh, boah Machen wir schon um 9 Uhr morgen weiter? Naja, das eigentlich nicht Wir sehen uns morgen Abend weiter Wir müssen mal gucken Es kann sein, dass ich morgen Mittag halt auch noch eins der neueren Spiele Äh, noch Das andere neue Spiel Noch machen kann, dass diese Woche rauskommt Ne, noch zwei Morgen 9 Uhr wieder Supermarkt-Simonette Ich muss mal gucken Ich muss den morgen gegen Tag da mal planen Und wie gesagt Der steht noch auf offen Weil die beiden Spiele, die am Freitag rauskommen Die könnte ich vielleicht sogar schon morgen spielen Also vielleicht Ja, ne So irgendwie So irgendwie wird es in dem Dreh Oder vielleicht mache ich hier wirklich um 9 Uhr schon Könnt ihr euch im Nachhinein noch so ein Stück weit mit angucken Oder halt dann direkt mit dabei sein So richtig gruselig ist es ja eigentlich nicht Es ist geil Aber, aber So richtig gruselig Naja, wir werden sehen Auf jeden Fall, wie gesagt Machen wir morgen weiter Ich danke euch sehr fürs Zuschauen Danke auch sehr Für Alle Und rum und ran Ich schaue mal Tsched an Und rum und ran Echt? Oh der Chicken Bei einem gewissen Herren Mich mit Hund Rotation geht quasi weiter durch So nach und nach Es ist einfach Spaß Ich sage schon mal Youtube kein Raid Aber trotzdem bis morgen Kaffee Kaffee Dramatische Kaffee 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 Kaiser